Ich grüße jetzt erstmal alle Zuschauer. Ich und Akalia haben gerade noch privat über Sunny geredet. Nicht abfällig, nur dass er sich auch vorgemeldet hat und irgendwie gerade Sunny den getut. Ja, und ich mache ausnahmsweise mal nicht mein Ding. Ausnahmsweise bin ich mal pünktlich da. Ja, dafür hat Sunny sich angemeldet und der hat den Part übernommen. Der muss ja immer zu spät kommen. Im Übrigen, für alle, die im Stream sind, ich habe extra ein anderes Textgriff diesmal genommen. Kann man das besser sehen, oder? Keine Ahnung, bin ich im Stream gerade. Aber bevor wir starten, muss ich eine Sache nochmal machen. Ich muss Pudding holen. So, jetzt bin ich endgültig da. Ich meine, ein bisschen hinaus zögern muss ich es ja trotzdem, auch wenn ich schon pünktlich in der Lobby bin. Guck mal in den Shade-Bot-Shade-Shock. So, der Platz, falls Sunny noch irgendwann mal nachjoint, ist offen. Er kann jederzeit beitreten. Er hat sich vorgewertet, er dürfte eigentlich mitmachen, aber er isst halt Sunny und macht Sunny-Dinge. Sagen wir es mal so, ich habe mir auch nochmal was zu essen geholt. Ich habe nur vor zwei Stunden gegessen. Naja, eigentlich ist das nicht wirklich Essen. Die Runde fängt an, ich habe aus Versehen ein Programm geöffnet. So, was ist los? Was habe ich verpasst? Dass ich mich bewegen kann, super. Ich hatte nämlich aus Versehen ein Programm geöffnet, dass ich nicht öffnen wollte. Ich habe mir halt noch mal eine Flasche Trink-Essen geholt. Oder her, trink mal. Bitte kein V-Tuber-Fokus. Sorry, mein Smart-Snipe liegt schon auf. Ich habe zu schwach geschossen. Und ich habe mein Smart-Snipe verfehlt. Oh ja, da steht du, da stehen du schön. Da stehen Dark wunderschön. Sofern ich jetzt mal zielen lerne. Wenn ich treffe, dann verliert er wenigstens einiges an Punkten. Aber ich habe in der Zeit, wo wir jetzt nicht gespielt haben, nochmal ein bisschen in der XP-Lobby leider meine Waffen hochgelevelt. Wow, ich habe getroffen mit meinem Spatz. Das war Rage, was da auf dich zukam. Ich habe Spatz getroffen. Ach so, und der hat den berühmten Waffen-Switch gehabt. Das ist nicht übrigens ein Bug. Das ist, man kommt aus Versehen auf hier eine Taste, die das ändern kann. Ja, und das sind W und S, die das ändern. Ja, und da drücken halt die Manisten mal aus Versehen drauf und denken dann immer, das ist ein Bug. Ja, ja, kabumm! Ich glaube, ich habe da nicht verfehlt. Also ich habe es verfehlen lassen. So, und er ist jetzt in seinem Loch. Wieso kommst du da hoch? Oh ja. Dark, da stehst du gut. Da stehst du richtig gut. Ist mein Heavy-Narpalm. Bist du überhaupt näher herangefahren? Du weißt, dass Wind an ist? Ich weiß. Hm. Ich versuche was, das kann in die Hose gehen. Ich habe getroffen mit dem Boomerang! 58! Ich habe es nur versucht. Nichts mehr glauben! Jetzt muss es auf den VTuber-Fokus gehen. Nein. Doch, ansonsten gewinnst du. Nein, das ist illegal. Wait, wo sind meine Punkte alle hergekommen? Sehe ich gerade. Es ist illegal, auf den VTuber zu gehen. Nö, ich gehe auf dich. Das haben wir vorher abgebrochen. Es ist illegal. Du kriegst Mega-Bilder ins Gesicht. Oh, lecker. Hallo? Bleib hier! Verdammt. Noch einmal? Ja, drei Treffer. Immerhin. Ja, schwarzes Loch. Oh. Ich kann nur treffen. Okay, wenn das stimmt, müsste das eventuell treffen. Pickshot! Nein, nicht auf mich selber! Ja, Junge, ich habe beide getroffen. Und siegt für mich. Das hat keiner gehört, was ich gesagt habe. Ich habe mal gewonnen. Ich habe mir zu dem Pudding halt noch mal eine flüssige Mahlzeit geholt. Oh, heil, dass ihr bei mir seid. Bleh. Social Distancing. Ich habe nichts dagegen, wenn ich hier mit Leuten abhänge. Ich begrüße das sogar. Meinst du nicht auch, Dark? Ihr kriegt beide... Dass ihr meinen Heavy-Rapheim begrüßt. Ihr solltet jetzt beide das Finale... Ihr begrüßt jetzt beide das Finale. 155! 152, verdammt. Da kommt noch was auf dich. Aua. Der eine Stein trifft dich noch. Nein. Oder? Niemals. Wir haben alles... Niemals. Wir haben es geschafft, alle nur unsere Punkte zu senken, statt zu erhöhen. Oh, ich habe 68 auf einmal. Indem du die ganzen Punkte bekommen hast. Kann man dich mit dem Reisenden eigentlich selber treffen? Vielleicht. Ernst gemeinte Frage? Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe den ja noch nicht mal. Wieso noch 44? Mein Reisender hat mich enttäuscht. Dark? Komm, wir schließen den Vertrag. Wir gehen auf Shining und lassen uns diese Runde dafür in Ruhe. Ich habe was dagegen. Dark und ich aber nicht, oder? Komm, ihr Katze! Bettingram! Auf das es eh nicht trifft. Oh, Junge. Genau getroffen. Und sogar Kret. Das ist meins. Das ist hundertprozentig meins. Oh, ich habe eine Whipsaw. Ich habe sogar zwei Whipsaws, sehe ich gerade. Erstmal Segel leveln. Komm schon. Ja, ich habe beide getroffen. Das ist der größte Skillshot aller Zeiten. Wie soll... Wie soll... Wie soll... Wie soll ich dir vorbeigehüpft? Oh ja. Meinst du immer, dass man sollte auf mich gehen? Danke, dass ihr mich nochmal eine Duell Whipsaw treffen lasst. Meine Python ist kacke. Jetzt müssen wir auf Dark. Dark, unser Vertrag ist hinfällig. Der Vertrag wurde zwar eh nie geschlossen, aber egal. Friss Area Strike. Du musst was berechnen. Geh auf Dark. Dark hat mehr Punkte. Ich versuche euch beide zu treffen, aber ich muss die Hälfte dafür berechnen. Weil ich will eine Bombenladung schießen. Geh auf Dark. Nicht auf mich. Ich habe doch nichts. Ich habe zu weit geschossen. Warte, habe ich irgendwas Gutes? Nein, ich habe nichts Gutes, womit ich Kamikaze machen kann. Ich wollte gerade Kamikaze bei... Ähm, Darko. Ja, das ist nett, was ihr da macht. Das ist richtig nett. Ich mach Feuerwerk. Das ist richtig nett. Wow, natürlich geht das Feuerwerk nur auf Shining. Okay, auf Dark. Ja, ich habe eine Wester verpasst. Wie du das immer und immer wieder änderst, ne? Ey, auf Dark. Ey, auf Shining. Ey, auf Dark. Ja, auf den, der die meisten Punkte hat. Punkte Sinako. Ich habe nichts, womit ich alles nicht treffe. Gerade außer vielleicht das hier. Ich habe nur Salz und Pfeffer. Komm, 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 komm. Schade. Okay, Dark hat gewonnen. Nein, das ist Wind. Es kann doch daneben gehen. Ich habe null Ladung. Warum kriege ich eigentlich meine Atombombe bisher noch nicht? Weil die Atom... Weil, ja. Ich habe sie freigeschaltet. Gib sie mir. Nichts Atombombe für Klein Shining. Ich konnte sie bisher noch nicht verwenden. Oh, ich habe aber meine Sternschnuppe endlich mal. Du hast uns doch gerade eben die ganze Zeit gesägt, ne? Nein. Alles nur keine Säge. Jetzt kommt die finste Rache dafür. Dass du uns die ganze Zeit gesägt hast. Bitte aber nur eine Whipsaw. Andere sind unakzeptabel. Ich habe zwei Schlitzsägen und eine normale. Du kannst ja aussuchen. Natürlich habe ich mich gekrittelt. Ach, das war dein... Ach, nee. Das war nicht dein Oddball. Das war mein Beacon. Los, noch eine Säge! Und Megadigger! Es wird gesägt, was das Zeug geht. Zum Glück bei so wenig Wind bringt der Megadigger ja auch was. Ein bisschen hüpft er trotzdem weg. Ja, wow, minimal. Aber trotzdem trifft er komplett. Hm. Und hier kommt die letzte Säge. Nee, warte. Also ich halte es für gut, dass ich zwischen euch eine Flower reinballer. Oh, danke! Ich habe dann die besser getroffen. Ich bereite nur darauf vor, dass ich euch in Zukunft beide treffe. Nicht. Weil ihr einfach abhaust. Wie kannst du nur? Hallo? Hallo? Da verschieße ich jetzt was ultra lustiges. Boink! Oh, nein! What luck of fun! Never mind. Ich will nicht kuscheln! Ich komme dem Berg nicht weiter hoch, also muss ich den Berg runter. Fuck, heute nicht kuscheln. Nebenbei, man sieht wieder den Chat, also, äh, 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 ihr könnt euch aussuchen, ob ihr den Stream-Chat oder den In-Game-Chat nutzt. Oh. Nee, meins! Meins! Was ist Groove? Wow. Ja, der Fluss ist aber schöner. Und das weiß Dark, dass der Fluss schön ist. Vor allem, wenn man ihn in einen 35, äh, äh, 35, 45 Grad Winkel schießt. Dann ist er wunderschön. Wer von euch denkt, dass er Glück hat? Ich, ich habe heute ziemlich viel Glück gehabt, beziehungsweise gestern. Dark, kennst du die, äh, äh, Glückspits? Bitte mach mich, ich habe mein Glück aufgebraucht, ich will mein Glück auf die Proben stehen. Ich versuche, ich versuche, zwischen euch zu schießen. So, wen trifft ich's? Ihr seid beide glücklich. Nur Dark hat Schaden gemacht. Ich will auch knuddeln. Hm, was habe ich, was ich da zwischen euch schießen kann? Granate! No, ist mein Jet! Habe ich es gekriegt? Granate! Wow, es hat nur einen Schuss getroffen, das war die Drohne. Hi. Hi! Bye. Glaubst du nicht, dass ich bleibe? Dann kriegst du halt einen Spiker ab. Spiker ist nämlich kurz vor Level ab. Bitte sei mein Level ab für Spiker. Nee, ganz vergessen. Los, duft die Disco-Kugel! Dance Party! Autsch. Natürlich krittet nicht alles. Die ersten, der erste Hit, ich wusste gar nicht, dass die Disco-Kugel 50 macht. Wenn sie den ersten trifft. Bist du dir sicher, dass du zu mir hin bist? Friss meine Fischis. Gubbis sollte man übrigens nicht unterschätzen. Ich habe mal geschafft, über 100 Schaden damit zu machen. Ich habe, äh, der da hinten hat mich gerade gesnipet. Du hast keine Punkte mehr. Du bist es nicht wert. Ich weiß, deswegen schicke ich etwas rüber zu euch beiden. So, äh, Doug, darfst dein Glück versuchen. Ich schieße was zu euch beiden. Da kommt eine Sternschnuppe zu dir rüber. Ja, ihr werdet jetzt auch euer Glück versuchen dürfen durch mich. Fühlt sich glücklich? Hast du viel Glück heute getanzt, ich hoffe es. Dann! 220! Ich glaube, das war nicht mal ein Crit, oder? Wie stark ist das Ding? Ja, okay, das war ein Crit, aber trotzdem, dann hat er ja normal 110 gemacht. Das ist ja irre krass, das ist ja stärker als die Atombombe. Ich kacke jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf meine Punkte. Du willst einfach nur meine senken, ne? Ja. Ich kacke im wahrsten Sinne des Wortes drauf. Guck. Aua, aua. Ja, der wird zwar doch ein bisschen stärker als erwartet. Auf was hättest du Doug mitgetroffen? 4,90. Was denkt ihr, wer von euch wird Glück haben? Ich nicht. Ich bin ein notorischer Pechvogel, also weiß ich, dass ich mein Glück habe. Doug, denkst du, du hast Glück? Wieso sind eigentlich beide Rohre auf mich gerichtet? Die falsche Richtung habe ich gewählt, also. Und Doug hatte Glück. Sag mir mal so, ich wollte dich nicht zerstören. Ich hatte einfach nur mein Rohr noch nicht umgedreht. Na? Ja? Komm her. Ja, 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 ja. Oh ja, danke. Oh ja, danke. Oh ja, danke. Ich glaube, da habe ich jetzt den Pervers bekommen. Ja. Ihr steht genau im richtigen Abstand, hoffe ich mal. Meinst du für das, äh, diese Bombenladung, oder? Nee. Sonic Pulse. Nee, ich glaube, da müssten noch ein paar Zentimeter. Nee, das ist größer als Shockwave. Guck, das reicht. Warum steht das Ding so gut für dich? Oh ja, Damage. Oh, das denke ich mir auch. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke. Nein, du reichst schneller als ich. Ich habe nicht vor, das Ding da oben zu holen, weil dann treffe ich nicht. Ich hatte ein bisschen mehr von den Hüpfdingern gehofft. Die sind OP, wenn die wirklich zum Ausrasten kommen. Aber normal jetzt nicht. Ich soll ausrasten, nur okay. Rasch aus. Ich rasch aus. Hundert schon wieder. Wenn du jetzt da im Loch gestanden hättest. Ich habe die Kritz heute gepackt. 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 Ja, Junge, du hast die Kritz zum Frühstück in deiner Müsli-Schüssel gefuttert mit Milch. Ich habe so ein neues Müsli übrigens mir heute mal ausprobiert. Das sieht aus wie Katzenfutter. Das war das Müsli, weswegen du jetzt so viel Kritz. Das Müsli, was ich habe, sieht wirklich aus wie Katzenfutter, ist aber Schokolade. Ich weiß gar nicht, wie hier mein Essen gerade aussieht. Ich versuch mal was. Nakaya versucht was. Ey, ich versuchte Dinge für dich zu machen. Und es wird fehlschlagen. Naja, nicht so ganz. Jetzt bin ich hier in der Region ohne Bogen. Wir müssen echt auf Dark gehen, noch mehr. Ey, sie ist positiv. All deine Waffen, Levin, echt gut. Darum sagst du, eigentlich sehe ich jetzt auch positiv. Ich schieße mich mit Dark ins Loch. Nein, warum bist du da hinten? Ich habe gesagt, dass du mir runtergefallen. Dark, du haust hier nicht ab. Leider habe ich davon jetzt nicht die dritte Stupe. Pinjade! Wird schon schief gehen mit meiner Waffe. Pinjade! Oh, scheiße, Pinjade in meinem eigenen Gesicht! Aber ich kann's ja jetzt nicht wieder einstellen. Er hat's geschafft! Ey, und gerade so rechtzeitig, dass alle Voranmelderunden fertig sind. Dabei bin ich eigentlich immer der, der alle Voranmelderunden verpasst. Sunny wurde eingeladen. Das dauert noch ein bisschen. Gerade. Ich würde mich beeilen. Die ersten kommen gerade rein. Oh nein, es geht schon los. Es haben sich Leute gefunden. Ja, sie haben nur gewartet, dass Sunny da ist, damit er keinen Platz bekommt. Aber, warte. Warte, was? Außer Söse? Außer Söse? Außer Söse ist ja der ganze Clan-Fan. Hat sich bei mir ein bisschen gezogen. Ich war noch auf dem Turnier. Sunny will unbedingt in mein Team. Hey, was? Nein! Nur weil er weiß, dass ich jetzt die Atommombe habe. Was? Ich stelle mich gar nicht mehr auf die Atommombe. Ich habe im letzten Spiel die Atommombe freigeschaltet. Aber ich habe sie bisher noch nicht mehr zum... Alles wartet auf Dark. Ich will endlich mal ihr Atommombe. Abgelehnt. Du kriegst sie niemals. Oh ja, ich bin mit Dark. Ich bin mit Dark gegen Sunny und... Ja, Sunny hat ja vorher eingestellt, als er mein Team wollte. Na, können wir doch mal spielen. Ich werde eh nicht treffen, aber egal. Oh Gott, ich habe das Spiel-Game so lange nicht mehr gespielt. Ich werde vielleicht erst mal alles veraimt. Vergiss nicht. Alles was streut in 45 Grad Winkel schießen. Das ist mein Basic-Tipp für dich. Nee, nicht alles. Es gibt doch einiges, was man nicht so schießen sollte. Nee, ich meine ja alles was streut. Nein, was sagt ihr jetzt nicht? Es gibt auch Sachen, die streuen, die man nicht so schießen kann. Aua, Aua, Aua. Sunny darf nicht leben. Bevor du schießt, eine kleine Anmerkung. Es gibt Wind. Gute Anmerkung, gute Sache, dass... Schießen wir das ab. Was war der Kack alles nochmal? Ich kenne den Kram gar nicht mehr. Alles macht um. Oh, mal Sunny. Viel zu lange nicht mehr gespielt, ey. Und jetzt komme ich nur dazu und richtig so lange nicht mehr gespielt. Sunny, wenn du in meinem Team wächst, du würdest dich auf Panzerball freuen. Ja, er ist der Eigentorschütze schlechthin. Ey, ich war nicht allein der Eigentorschütze letztes Mal. Ja, da haben welche mitgeholfen. Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann-Sann! Ach, im Übrigen, Dark, danke, dass du es nochmal im Nachhinein geklippt hast. Ich habe es vergessen. Wie kannst du nur was vergessen zu klippen? Schande über dich Dem ich auch noch andere Projekte habe Auf gut Glück, das wird Sehr wahrscheinlich verfehlen, aber Sunny, du kriegst eine Portal Gun ab Was habt ihr alle gegen mich? Du stehst halt vorne Ich schieße die Portal Gun, schieße sie, schieße sie Das schwarze Loch wird sie eh beilen Endless Loop, Endless Loop Ich bin mal gespannt, inwieweit das schwarze Loch Wow Oh Gott, mir tut das Hand so gerade eher leid Der hat ein Pentagramm abbekommen Ein 60 Damage Pentagramm, das ist nicht viel Ich will hier nicht in Jaguar tauschen, das finde ich gut Ich habe mich seit Anfang des Matches nicht einmal bewegt Und es hat wunderbar funktioniert Oh, ich sehe gerade was richtig Schönes vor mir Was aber eh ein anderer treffen wird Leider Weil die alle auf mich aimen Ich probiere eher das Päckchen zu holen Ich mach 45, ich treffe hier eh nicht Das tut mir leid Das ist eine Aua Das alte, was ich getroffen habe, war Sunny Was, ich wurde nicht getroffen Ich habe nur Sunny erwischt Man, Team 8 Wow, ich komme hier nicht mehr aus dem Loch Ich habe so hochgeziert wie ich komme Da gehörst du auch hin Da gehörst du auch hin ins Loch Genauso wie du in dein Loch, Sunny Ich habe kein Loch Oh, Heidenhemmelo, du bist ja auch gerade Oh, Junge, das war ein richtig schöner Boomerang gewesen Oh, Heidenhemmelo So herzlich willkommen, du hast einen Follow da gelassen Jetzt habe ich das nicht bemerkt Hörst Ich bemerke das selten Weil ich dafür den Slaut, den man ich aus habe Warte Ist das der Mond? Das ist der Mond, oder? Also, ich finde, dieser Boomerang kann durchaus auch mal geklippt werden Der Boomerang, den ich zu Anfang geschossen habe, der war richtig nice Das heißt, ich habe noch nie so gut mit einem Boomerang getroffen Denn solltest du mal zurückspülen und dir den Boomerang angucken, den ich gerade geschossen habe Sunny, ich hätte noch einen eindringen Darf ich nochmal auf dich schießen? Ich habe den Boomerang genau getroffen Ich kann mit dem schwarzen Loch davon in der Nase nicht treffen Ich versuch's einfach mal Nope Das funktioniert nicht Sorry Er lebt doch noch Das hat mehr angezogen, wie ich erwartet habe Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt Da ist was Schönes, was ich einmal ausprobieren will Nein! Ja! Hauptsache, du nimmst mich nicht! Da freut man sich Ja! Keine Gnade, holi dir Töde ich Ich zeig dir sogar das P-Zeichen Ups Oh, die Strafe muss sein, fürs zu spät kommen Oh, ich habe Sunny schon gekillt Ja! With Sunny Das ist so Das ist doof, ich habe ihm sogar mitgeholfen Inwiefern? Ich habe ihn gerade eben, obwohl er Fortify gemacht hat, so 30 Schaden gemacht Mit dem einen Ding, der genau auf ihn zurückgeflogen ist Der ist wirklich Punkt genau so geflogen, dass er Sunny im Gesicht erwischt hat Oh ne, ich habe eine 3D-Bombe ins Gesicht bekommen Jetzt bin ich tot Ich habe dich noch eingegraben Und nun sage ich leise Scheiße Ich würde mal sagen, Mello kann sich nicht mehr bewegen Oder? Mello kann sich noch bewegen Oder habe ich die dein Leben gerade versaut? Er kann höchstens runter, aber hoch nicht mehr Runter geht irgendwie immer Niemals Ja, ja, ja Ich bin doch schon tot Danke, dass ihr nicht den VTuber vorkostet Das ist sehr nett Okay, er kann sich nicht bewegen Wow, er kann nicht hoch Aber warum gehe ich auf Flash? Ich sollte auf Dark gehen Der ist viel gefährlicher Dark ist gefährlicher Aber dafür hält er auch deutlich mehr aus Hallo, ich schieße meine Bienen da rein Du bist selbst ohne gefährlich Genug, Dark Das haben kann man, meine ich, erst mit Twitch-Affiliate Dieses Partnerprogramm da Und das habe ich nicht Aber danke, dass du es vorgehabt hättest Sehr nett Zahnrad, 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 Zahnrad Das ist das einzig Wichtige auf dieser Welt Das Einzige, was ich nicht verlernt habe in diesem Game Das Einzige, was man nie verlernt Immer auf die Zahnräder Ja Immer auf die Zähne Ich empfehle dir, den Traveler und die Tonscheiben zu kaufen Die sind richtig gut Ich empfehle dir, kauf den Oddball Oh ja, nein Wie hat er das überlegt? 3 HP Es gibt immer solche Glückspilze Er hat sich geheilt Warte mal, das kann nicht ändern, dass er noch lebt Er macht eh selbst Du es nicht, du es nicht Er macht eh selbst Mord bei Dark Nein, dringlich Ich töte wahrscheinlich Sanjo Bei meinem Glück Mein Ziel ist es, auf Mellow zu schießen So, dass ich dann Flash treffe Die beiden konzentrieren sich gerade auf Dark Mit Dark Ich hab getroffen Armer Dark Sie haben es geschafft, sich nicht gegenseitig zu treffen Das ist so cool Ja, weil der eine hat auch eine Uzi benutzt und nichts, was Kabo macht Und der andere hat eine Poli Gun So geschossen, dass sie eh niemand getroffen hätte außer Dark Kann der Wind gleich bitte nach rechts gehen, aber nur so ganz leicht Dann schieße ich einen Bagger Dann kann sich Mellow eventuell auch wieder bewegen Dark, es ist deine Beute Er hat sich angegriffen, also es ist deine Beute Der Bagger ist halt das Beste, was ich habe Achso, den Chat hab ich gar nicht offen Sollte ich vielleicht auch noch machen Ich hab einmal den Twitch-Chat offen und Der ist auch durchgehend sichtbar So, Dark hat sich seine Beute geholfen und greift sich jetzt noch selber an Ja, ganz leichter Wind, Mellow Ganz leicht, genau so wollte ich es haben Irgendwann hast du jetzt Glück und kannst dich bewegen Oder ich mach alles schlimmer Es schlimmer geht schon nicht mehr, als sich nicht bewegen zu können Doch, er könnte gerade an der Klippe kleben Dass man ihn noch besser treffen kann Man trifft ihn ja so schon gut genug Vor allem mit Sachen, die sich halt aktivieren Kann er dich wieder bewegen? Ein bisschen Nö, seine Ketten sind halt scheiße Er sollte seine Ketten mal leveln Ja, die Ketten sind das Erste, was man leveln sollte Tani, bist du dir sicher, dass du über dein Internet in meinen Chat willst? Warum? Ich frag nur Solange ich den Chat lesen kann, ist ja das gut Also, kleiner Typ Mach erstmal deine Ketten hoch und dann kannst du das hochmachen, was du willst Ich empfehle dir Crit und dann erst Armor Ketten, Crit, Armor und dann bist ganz Lacken Ich erwähne das übrigens bei jedem Community Stream Ich hab für die Community selbst einen Chat eingerichtet, wo ihr miteinander reden könnt im Discord Also, falls ihr das möchtet Den Channel, den irgendwie noch niemand genutzt hat Wenn ihr den finden wollt, einfach Ausrufezeichen GamerT reingeben, dann habt ihr direkt den Link Warte mal, ich kann's ja mal testweise eingeben Bei dem Befehl hab ich letztens erst erstellt Da Ihr müsst dann aber vorher die Regeln bestätigen Das ist einfach nur zur Sicherheit, dass jeder auch die Regeln sich vorher durchliest, bevor ihr irgendeinen Quatsch macht Warum lasst ihr mich alle alleine? Das Bounty krieg ich niemals mit meinen Waffen Doch Ich hab nur Müll Junge, du hast da doch zweimal eine relativ gute Waffe, wenn sie trifft Aber erstmal danke, dass ihr mich nicht gefokust habt, dass ich so lange leben durfte Das ist sehr nett Nur leider bringt mir das nicht viel Ja, die Granate und der Satellit würden Schaden machen Und eventuell der Springbrunn Den ich jetzt auch schieße Hm, Springbrunn ist nicht so toll da Hat 32 gemacht Ich schau einfach auf die guten Waffen in der nächsten Ich konnte dich besser treffen als den Fläschki Jetzt kannst du aber Fläschki besser treffen Jetzt krieg ich Noch nix Schadenrad Mann, meine Granate und mein Satellit bringen mir nix bei Fläschki Soll ich dir sagen, warum? Das sind Sachen, die liegen bleiben Ich könnte mit dem Messer sagen, das wär's aber auch Hau die Schockwelle rein, die ihr nicht trifft Ich schieße sie ganz gut drüber und hoffe, dass sie so abhört, dass sie den Melo noch trifft Hat funktioniert Ich hab ne Tarantel Darf ich die Tarantel noch schießen, bitte? Bitte? Nein Abgelehnt Du lebst noch Ja, nicht mehr lange Töne sich jetzt selbst Das war sogar ne recht gute Tarantel Ja, ich hab's schon schlechter gesehen Null Schaden Ich hab grad eben ist eine meiner Taranteln einfach in den Himmel gewandert Null Schaden ist mit Taranteln halt auch möglich Fläschi dreht sein Röhrchen Ich hab für ihn Stopp gesagt Fläschi dreht sein Röhrchen Okay, Fläschi fliegt raus Ich hab schon gegessen, aber danke Huhn gibt's irgendwie morgen oder? So, ich werde meine Tarantel auch gleich mit sehen Ich hab jetzt oberlang bei Oh nein Jetzt kann ich ihn noch besser verfehlen Ich finde übrigens schön, dass der Faye als sein Profilbild SunEater hat Das Spiel gönnt mir einfach Da ist wer echt im Eimer Wir wissen auf jeden Fall, wer als erstes stirbt Ich glaube, wir wissen, wer als erstes von euch gemobbt wird Mobbing ist nicht nett Sunny, was machst du eigentlich da drüben? Weiß ich nicht Warum bist du mit meiner Community im Eimer? Warum nicht mit mir? Ich hab jetzt nochmal auf zufällig gestellt Oh, das trifft das Ihnen? Ich lass extra mich immer auf Im ersten Team, falls man sich aussuchen will Dass man mit mir in einem Team will Damit ihr da ne Auswahl habt Das war einiges so ein Damage Dieses Ding hat wehgetan Das hat wehgetan Ich Ich hab mir diese Waffe auch mal genehmigt gehabt aus dem Job Ich schieße die, die ich schieße, die muss ja tatsächlich so in einem 50, 55 Grad Winkel schießen Damit sie so ein bisschen quer fliegen Und die platzen in der Luft Wow, ein bisschen zu kurz Was? Was? Ich hab 80 Schaden mit dem Wir können verhandeln Verhandeln ist nicht möglich Und irgendwann hau ich übrigens mein Tutorial für den Kaktus raus Warum sind immer noch alle zu blöd dafür? Man muss das rohe Ende genau in der Mitte vom Gegner haben Dann treffen alle davon Und man muss mit einer Stärke von 1 schießen Dann trifft vom Kaktus alles Damit ist Tutorial fertig Richtig Du hast keine weitere Sprechzeit mehr Ich weh nicht nach unten Ich weh nicht Wenn sich deine eigene Community gegen dich verschwört Volltreffer Hast du super gemacht Das war Karma, Metal Das war mein Luftangriff Ich find' eher den Anger von Dark schön Der dich einfach volle Kanne erwischt hat, Mello Das hab ich nicht So, Mello Das hab ich jetzt gar nicht gesehen To beonest Sunny, hast du eigentlich Angst vor Spinnen? Nein, Spinnen sind süß Upsi Gut, dann magst du meine Tante Sorry, Shining Warum? War es gegenüber dich? Aber warum immer ich? Du stehst so schön Was passiert? War eigentlich gerade So Akaya Ich hab nen Zug und Kaulquappen Und ne Hexe Hol sie dir Weil ich sterbe jetzt Ich will die Portal Gun Die hab ich auch Warum guckst du die ganze Zeit In mein Inventar? Wir sind doch eh im Team Hä, man kann doch in den Mails gucken Wann sind das so viele Zugs vorgeworden? Wie? Ich grüße alle, die hier zugekommen sind Ich seh gerade, dass es einfach sieben ins Team sind Einer abgezogen bin ich Aber trotzdem Und ich Und ich Also wir gucken gerade live Ich grüße euch einfach Hättet ihr denn in meine Waffe droppen können? Wie kann man dann in das Inventar das Anderen gucken? Oder macht ihr das über den Stream? Wer macht das über den Stream? Das geht über den Stream Achso, okay Aber Community Nein, der Wien war kacke Nein Der Wien war kacke Falls möglich Was? Wenn ihr meinen Was solltet ihr denn das denn? Aber dann nicht versuchen mir zu sagen Wie ich was einzusetzen habe Ich will selber denken Ich hab nur gesagt Ich hätte gerne den Portal Gun gehabt Ich hätte viel lieber gesehen Dass du meinen Zug kriegst Schut, schut Akai, meinst du nicht auch Dass diese beiden da ganz schön stehen? Oh ja Richtig schön für den Hexagon Findest du nicht auch? Ja Ich find die stehen da richtig gut Die beiden Richtig gut für den Hexagon, oder? Die stehen auch gut für den Feuerwerk Dann triffst du sogar alle drei Hab ich leider nicht Das Beste, was ich habe Ist leider den Hexagon Oder den Disco Ball Was zur Hölle ist das denn? Jetpack Ah Ah, das hab ich nicht Ich könnte eigentlich im Nachhinein Noch mal fahren Obwohl die Fahrt halt eigentlich schon frei ist Boom Akai, ja, boom Der Liebste bin ich Der ins Gras beißt Junge, dieser Mond Nein Da war ein Fahner Da war ein Fahner Ich hab noch nie So einen langsamen Mond gesehen Ich auch nicht Also, Sunny Du magst hoffentlich Geometrie Hm, nicht wirklich, nein Ich krieg's nur Egal, du kriegst jetzt einen Hexagon ab Ich will aber keinen Hexagon Soll dich treffen Ich hab keinen Hexagon abbekommen Der Magnet, der war wunderschön Mach bitte, Sunny als nächster Stipp Das ist alles, was ich möchte Ich möchte, dass Sunny stirbt, bevor ich sterbe Das wird nicht passieren, mein Freund Das wird nicht passieren Das wird passieren Da hat jemand sein Maid getroffen Aber nur wenn du Sunny wegkriegst Was? Wer? Nein! Dasselbe Angebot gilt für Mello Derjenige von euch, der Sunny wegkriegt Der wird gleich von mir während des Punktemes die ganze Zeit verschont Ich will nur Sunny tot sehen Warum? Ich hab ihn leider Ja, ich hab ihn nicht tot bekommen, aber Snake darf euch gleich leben Ich habe Sunny vorbereitet Snake hat ihn gefinished Also sind wir beide quasi für seinen Tod verantwortlich Habe ich übrigens übersteuert? Also bei Steam, weil ich grad so ein bisschen lauter wurde Shining, ich möchte auch eine Belohnung Ich meine, ich hab Sunny vorbereitet für Snake Ey, das gilt nur, wenn ihr gleich mein Gegner seid Wenn ihr in meinem Team seid, dann kann ich auch nichts dafür Deswegen geh ich ja nie in dein Team In der Hoffnung, dass ich nicht in deinem Team bin Weil dann passiert das, was hier jetzt auch passiert Wir werden vernichtet Ey, das liegt nicht an mir Doch Weil du keine Atombombe hast Ich hab mein Pech Das kam zu spät, Sunny Ich war eh schon Ja, ich weiß, ich weiß Ich hab's gemerkt Das kam wirklich ein bisschen spät Hey, passiert Mello, du stirbst jetzt durch ein Erdbeben Uh-oh Weird, Mello Ich find's gemein, wenn man durch ein Erdbeben gereckt wird Aber es ist halt auch Eigentlich das Schlauße, was du machen kannst Weil du dir an anderen gleichzeitig Schaden machst Außerdem kannst du dich selber replaysen Weil Weil da Sagen wir's mal so Sunny kann Seine Leiche kann nicht geschindet werden Leider Ich find immer ein Wichter Das ist halt Fay Oh, die Waffe werd ich auch so gerne Welche? Ida Das ist die letzte Woche vom Blitz Ehre hat es Also Mello, ich kann eins sagen Ehre hat es im Chef noch nie gegeben Und wird es auch nie geben Das ist richtig Hallo Ich war doch letztens ehrenhaft Als ich hier Leo die ganze Zeit leben gelassen habe Du meinst, als du die ganzen Eigentore gemacht hast? Nee, ich mein das letzte Mal übermacht Das durfte ich sogar in den Kommentaren lesen Dass ich ein Ehemann war Das fand ich wunderschön Und Sagen wir's mal so Ich hätte auf Leo draufgetreten Du bist Peter? Wenn jemand am Boden liegt Wenn jemand in Shellshock am Boden liegt Dreh dich nochmal drauf Okay, guck, du kriegst doch deinen Win für heute Ich hab doch schon Win ohne Ende Ja, ich noch nicht Ich hatte doch jetzt locker schon mindestens zwei Win, oder so Warte Ja, weil Sunny da ist das Problem Da weiß ich halt nie, welche Lautstärke er hat Entschuldigung Weil er hat drei Mikrofone, die er nutzt Zwei Ich hab die Webcam, äh, ich hab das Webcam-Mikro mitgezählt Ja, Webcam-Mikro und das Headset Mehr nutze ich eigentlich nicht Ja, das sind zwei Das ist zwei zu viel So, ich hab euch ein kleines bisschen leiser gestellt Alles klar Der Olympische Ring Was macht er eigentlich, wenn alle treffen? Genug Ich bin schon tot Legi, nicht hoch genug Jetzt wird nochmal draufgetreten Also Mirko, wenn du ein Spiel hast, kannst du mitmachen Du kannst dann sogar mitreden, weil du Kollege bist Tschüss, Drudo Ich glaub, das überlebt er nicht Scheint ein bisschen leise zu sein Sunny hat's auch ewig nicht gespürt Ja Ich hab diese Wurst gesehen Und sie sah lecker aus Ich weiß noch nicht, wie lange ich mitmachen werde Muss ich gucken Aber ein paar Runden bestimmt Das Maximum, was wir spielen, ist 23 Uhr Maximum Mhm Ja, so lange Länger spielen wir ja eh nie So lange werde ich safe nicht mitmachen, wahrscheinlich Ja, weil du wahrscheinlich irgendwie wieder weg musst Wir spielen ja auch just for fun Ich hab morgen ein bisschen Family Time Und danke, ich hab's jetzt gelesen mit dem Ring Die machen 75 Schaden, wenn alle treffen Das ist ja niedlich Teleporter? Nein Wann ist die Runde endlich vorbei? Wenn Dark alle geregt hat Glaub doch an dein Team, Mensch Die treffen nicht An dieses Team kann man nicht glauben Traurig, aber ist die Wahrheit Hallo, wir haben Zanida auf unserer Seite Der kann alles essen, was er will Nur, wenn's tierisch ist Weißt du jetzt, warum ich nicht an mein Team glaube? Ja, wir kämpfen ja nicht gegen Tiere Nein, ne Sie versuchen ihr Bestes Sie sind die Besten, die ich je gesehen habe Da wird einer ausgegraben Wir wollen hier niemanden bedenken Wieso war bei dir ein Zahnrad? Ach so, du bist ja ein Gegner Katze Supercat Oder? Du weißt Katze? Hä? Wo Katze? Da kommt die Katze Ja, supercat Woher weißt du das? Weil wir die Waffen von unseren Teammates sehen können, bevor sie abgeschossen werden Ach ja, stimmt, da war ja was Du siehst das bei Dark, nur nicht, weil er Solo ist Hm Warum hast du dir nicht das Päckchen geholt? Ne? Da lebt noch wer Dark Ja, der hat ja auch geschrieben Der hat die falsche Waffe genutzt Ich weiß, ich hab's gesehen Egal, sie bringen das Päckchen zu Dark Los, macht ihn fertig Los Dark, du schaffst es Das war's mit uns Dark hat das Päckchen aufgesammelt, ohne dass er überhaupt kein Päckchen war Der braucht nur richtig mit dem Pendagramm treffen, dann sind beide weg Wenn er die Mitte da trifft, dann könnt ihr es beide erwischen Wenn er trifft, aber wenn er nicht Oder so, tschüss Okay, das war's Ja, ja, ja 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 Unlucky Ja 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 Ich versuche das dreifach zu treffen mit Area of Strike Das gibt mir endlich mal mein scheiß Atombombelspiel Nö Das kriegst du nicht Dark, wir wandern aus, okay? Was hältst du davon? Auswandern ist nicht erlaubt Wir wandern aus Wir wandern nach Amerika Da kriegen sie uns nie Ich würde einmal sagen Hallo an die neue Person, die auch jetzt in den Stream gefunden hat Hallo Shell Shop macht halt Fun Sowohl als Zuschauer als auch als Spieler Und ich hab getroffen Applaus Oh, Jungen 300 Schaden Hatte ich mir überhaupt groß Damage gemacht? Meins hat Damage gemacht 500 haben die schon Und ich hab Tacke Zwei Treffer direkt schon 500 Ich glaube an meine Schlangen Ich brauch meine Schlung Wie lucky war das denn, der wirklich genau 500 Scheiße, ich glaube ich treffe Dark Lauf weg Dark Lauf weg Dark Lauf 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 Fürs Team Juhu Zum Glück erwartet hier keiner Einen Profi Nö, ich erwarte von dir gar nichts Den kriegen sie mit dir auch nicht So Wen, wen werde ich treffen? Ich schieße unter die Erde Ich überlege gar nicht, mit welcher dieser Waffen man überhaupt Schaden machen kann Mit dem O-Angriff eventuell Wenn alle treffen Aber die muss man kurz schießen Kurz und trotzdem irgendwie lang Kurz und doch lang Ja, damit sie gut Schaden machen Irgendwie ergibt es nicht allzu viel Sinn Kurz und doch lang Ich versuche etwas Das kann in die Hose gehen Das kannst du ruhig machen, Kirst Der Name ist hoffentlich nicht angewürgt Kirst Komm, komm, komm Ja Ja, mit Doppelschaden 136 Ach Kamrad Kirst Kirst ist also der Neue Hab ich dich getroffen? Das gibt Minus-Punkt, der Scheidegg Ich weiß jetzt nicht, wer Dark erwischt hat Ich weiß es auch nicht Warte Ne, noch meinen Jenen, die sehr merkwürdig sind Einer ist direkt nach oben gegangen Ich sehe das gerade bei dir im Stukin Achso Ups, wer denn genau? Es könnte an mir liegen, wenn ich meine Striche angucke Okay, ich hab Die Bounce-Ploats sind leider nicht allzu viel Boing Wow, der kommt gerade wieder zurück Es war meine Schuld Ein Bounce-Ploat kam sogar zu mir zurück Es war meine Schuld Wurde gerade gefeiert Boing Boing Deine Schuld wegen was? Dass Stark nicht getroffen hat Schande, Shining Zeit für meine Schrotze Oh, ne, nicht die Rotze Schrottflinte Jetzt wird geschrotzt Die ist halt wirklich Schrott in J-Shock Nicht, wenn sie lange fliegt Selbst dann ist sie Schrott Und was wetten wir, dass die jetzt Schaden macht 60 War doch gut Ne, relativ Schrott Verdammt Ich würde ja in den Portal schießen, aber die trifft nicht Oh, bitte Bitte treffe ich diese Waffe irgendwie Das ist deine Entscheidung Aber bitte nicht während der Runde Na ja, ich habe genau vor Shining geschossen Mit dem Wurfstern Und? Wie fandest du das Eisen? Los, meine Portal Oh, ne, Snake macht was richtig Gutes Oh ja Ich will auch Portal Gun haben Ich auch Kaufe dir, kauf sie Ich hab sie doch schon Jetzt kann ich euch wenigstens mal wegen Aber von Bomm an statt ihr mich Ne, ich hab die Portal Gun, ja Ich hab die glaube ich nicht Komm, ja Ich hab eigentlich verfehlt, aber ich hab trotzdem getroffen Und, und hey, Shining, ich hab ne Frage Einfach nur, weil sie noch nicht im Stream gefallen ist Wo bleibt dein Beacon? Halt die Klappe Berechtigte Frage Hat selbst Sunny den schon? Nein Sunny, wo bleibt dein Beacon? Er ist Level 29, er hat ne Hausrede Er kann sich den ja in der XP-Lobby theoretisch aufholen Ne, er hat die Zeit nicht Yes Eine Runde reicht dafür aus Für eine Runde wird er doch wohl Zeit haben Oh Oh ja, ich hab gerade versehentlich in deine Waffen geguckt Bitte schieß das Kleeblatt auf mich Ich will erstmal überhaupt ne Bahn für euch für da hinten finden Die wird doch eh durch den Wind wieder zunichte gemacht Nein, sorry Snake Das war nicht geplant Hast du auch den Gegner getroffen? Hast weder plus noch minus gemacht Ja, toll Ja, und wir führen fast das Doppelte Ich weiß zwar nicht wie, aber Liegt vielleicht an den 500er-Schüssen der ersten Runde Ich bin mal ziemlich gut dabei Ich weiße ich auch gerade mit den Punkten Nein Ein bisschen fällt Ich wollte schon eine andere Dimension 50 Schaden trotz der Erstreuung Das ist nicht schlecht Wir wissen nicht, ob Snake überhaupt deutsch ist, Sunny Achso Das konnte ich ja nicht ahnen Ich auch nicht Ich weiß auch nicht, ob er deutsch ist Deswegen sag ich's dir nur Das muss man doch irgendwie riechen können So, ich schieß jetzt die Von den Lutschen da rein Hoffe, dass das Portal Das dann irgendwie zeigt Dass es bei dir landet Du hast das Portal verfehlt, oder? Nein Nein, der ist zu weit Das ist Fake Diese Runde dauert ein bisschen Nö, die Runde dauert kein bisschen Nein, guck mal da links Ich hab was veranstaltet Ach Wenn einer wirklich gerade nach oben fliegt Das riecht Ja, ich hab noch getroffen Ja, nochmal Ja, nochmal Warte Da fliegen noch zwei Er hat sich aufgelöst Ich wollte gerade sagen Los, krieg sie Alter, ihr müsst Guck mal in meinen Ich hab einen Stern Wenn man's genau nimmt Bei mir gerade mal Dieses Strich Ich hab einen Stein Aber nicht einen Stein Ich hab einen Stein Ich hab Wasser Ich hab genau Sunny getroffen Mann Hör auf damit Was hab ich dir getan Ich hab einfach nur geschossen Das weißt du genau Ich hab gar nichts getan Du bist mal wieder zu spät gekommen Das hast du getan So, mein Kleeblatt Ja, auf mich Bitte Nee, den Droh, du Weil ich den safe treffe Und ich schaff's jetzt trotzdem Daneben zu schießen Pass auf Da es nicht auf mich ist Ist es ein Ich kann doch nicht Böse mal aus Meine Kleeblatt hat zwei Gebäude Mann Ich sag's ja Hättest du auf mich geschossen Wärest Jackpot Weil ich bring Glück Auf dieses Glück Kann ich verzichten Mein Glück ist aber Das beste Glück Er schießt als nächstes Den Doppelspalter Ich meine mein Ich meine mein heutiger Erster und bisher einziger Spaß leider Der hat Der hat Der Spaß hat getroffen Und der hat über 70 Damage Gemacht Welche Waffe Probierst du aus? Was war das denn? Sunburst Zweite Stufe Nee, ich meine Den Versuch selbst Warum ist der dafür Extra mich reingefahren? Ich kann doch einfach Easy peasy Von ihm wegfahren Ich glaube Das holt ihr nicht mehr Eine, zwei Runden Außer ihr haut jetzt Irgendwie Ein tausend Damage Ich hab nicht Die Waffen dafür Der Gott des ANGs war nicht mit mir Den Gott hab ich schon Vor Jahren Verärgert Ja ANG Hast du schon Vor Ewigkeiten Verärgert Das stimmt Sunny Warte was Ich hab Sunny Eben in der Runde Davor getroffen Nein Sunny Soll mal hinten schießen Sunny Habe ich dich Eben in der Runde getroffen Ich hab da gar nicht So drauf geachtet Keine Ahnung Weiß ich gerade nicht Weil meine Striche Sind nämlich bei dir Sehe ich gerade Möglich Kuki Cluster Kuki Cluster Die Waffe hab ich glaube ich Sogar noch nie Abgeschossen Die zweite Stufe Von Wacky Cluster Er will den Duck Trotzdem treffen Ich hab wieder Sunny getroffen Du hast deinen Kollegen Getroffen Egal Ich hab Sunny getroffen Und ich hab schon mehr Als genug Punkte gemacht Über 600 Ich hab fast Ich hab fast So viel gemacht Wie Dark Von euch Und Dark Will Schaden machen Ich glaube er hat eine OP Waffe Die letzte Runde Eine Waffe Die garantiert Alles ändert Oh ja Dem Ploder Der macht gut Schaden Und dann Der trifft glaube ich Alle drei Was ist denn Flow da Das ist gleich Obwohl war sogar gut So ich nutze jetzt Shockwave Akalia weiß ja nichts Mit dem Satz anzufangen Tja Dark Das ist jetzt zu spät Er hat es schon laut Ausgebrüllt Können wir überhaupt Trotz des Imploders Gewinnen In Dark Nee das wird nix Dann muss ich wenigstens Ein Schicksal noch erfüllen Der Imploder Macht nicht so viel Schaden Dann erfülle ich Mein Schicksal Don't do it Ey ich erfülle es Du es nicht Willkommen zu meinem Nachstream Sunny Es ist durch dich Durchgeflogen Juhu Woh Warte was Ihr habt doch noch gewonnen What wie das Stark Jo Nee doch Aber der Imploder Hat irgendwie 3 Waffen 500 Schaden Oder so gemacht Alles waren Krillz Und er hatte Overcharge drauf Und die Waffe Macht generell 100 Das ist ne super Map Oh Gott Also Sunny kann direkt Sein Testament schreibt Glauben Gute Nacht Wie funktioniert Scharfschutze nochmal Du musst die Scheibe treffen Und wenn du den Gegner noch zusätzlich triffst Dann kannst du deine Waffen da hin Ich hab Smart Snipe Ich glaube ich hau die gefährlichste Waffe direkt am Anfang raus Und zwar Spaß Ja das könnte treffen Ja Ganz knapp Aber alle haben wir getroffen Sunny der Tick ist 100 nach oben 86 zu einer Seite Dann triffst du den letzten Rand davon Ach stimmt Ich erinnere mich Ich erinnere mich Danke Das hatte ich voll vergessen Also Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht Das war Ach glauben Viel Spaß Da bringt dir Glück Ich muss rechnen Lass mich 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 Und beten Welp Ja Zauberat 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 Die war auch komplett am anderen Arsch Das ist richtig Wie viel Pech musst du dafür haben Hättest du doch Hättest du doch nochmal ein bisschen Wind gehabt Der hätte auch in die andere Richtung gehen können Was soll er dir Warum bin ich eingekreist Mir juckt doch nicht bei den Fotos Trotzdem Aber wir müssen Sunny jetzt ein Ziel treffen und käme dort nicht mehr raus Das wäre lustig Äh ne bitte nicht Ich bin schon tot Ne nicht tot genug Oh ja Warum kriegst du es geschenkt und bei mir ist es komplett am anderen Ende der Map Ich glaube ich schieß mal den Der verfehlt eventuell mit Tank Und was treffe ich Nicht die Drohne sogar noch Soldat Du hast die Drohne zumindest Und der Spaß ist einfach durchgegangen Und die Drohne hat Sunny auserwählt Ich war einfach am nächsten an der Drohne dran Das ist es Ne die ist random Ist egal ob du nah dran stehst Die ist random Achso Die divisiert teilweise auch etwas an was ganz weit auf der anderen Seite der Map ist Uff Belastend Tschüss Lol Das war ein bisschen zu groß Ja konkret da kommst du nicht raus Haarschütze kann halt sehr schnell auch mal vorbei sein ne Das ist richtig Ja noch schneller indem einer lief Ist der der Tod der gelieft ist Ja einer der Toten ist gelieft Ja Katzen Na komm meine Muschie Warum Warum ich Das hab ich auf jeden Fall zensiert Den Satz hab ich für YouTube auf jeden Fall zensiert Oder rausgeschnitten Was Katzen Nein ich hab was anderes gerufen Okay das hab ich nicht gehört Es fängt mit M an Also 86 war das dann treff ich die Weil es gibt nur einen anderen Spitznamen für Katzen Du hast einfach Uschi gesagt Wie treff ich genau den Rand sagtest du? 100 nach oben 86 Ah ok Dann musst du da in den allerletzten Punkten nach Komm Gerade nach links rechnen Da kommt es dann runter Und wenn davon die Hälfte rechts ist Kannst du dir natürlich den halben Kreis beenden Ja Ey wenn ich Was der hat schon die Zahnrad 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 Ich hab kein Zahnrad Ja du brauchst ein Zahnrad Ich weiß Ich geb immer Zahnräder Ich bin schon tot Nee Kass Gleiche Mobben geht nicht Du kriegst dafür echt nix Geht der Recruiter eigentlich auf die Scheibe Oder zieht der komplett auf die Mitte Was ist das? Was geht auf die Scheibe? Der Recruiter Das ist das was Duck gerade bekommen hat Dann kommen von beiden Seiten Was reingeschossen Könntest du gleich Sunny einmal zeigen? Die Waffe die ist ultra cool Auf das Dark drauf geht Wow Das kann ich jetzt Wenn du Dark jetzt schießen müsste Das ist die Leitoukutsche dafür Dass du mich gerade eben ausgelacht hast Ähm 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 Shotgun Oh 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 Das sieht knapp aus Warte Ein Schuss könnte noch treffen Er könnte Nee Nee Der ist raus Willkommen in meiner Welt Ich hab Schaden gemacht Sunny Welp Ich würde mich einfach auf die Klippe da oben stellen Dann kannst du noch besser gleich in alle beiden Richtungen treffen Gute Idee Und ich würde ein bisschen nach rechts dabei zielen Eventuell triffst du noch Curse Kannst du eine Waffe erwähnen Hab ich vor Oh ähm Dark ist so nett Er will die Waffe dir zeigen Er nennt dich Meister Seit wann bist du ein Meister Oh Dark wollte ich jetzt nicht unbedingt treffen Ich wollte eigentlich Curse treffen Ich bin ein Meister darin Äh Äh Bei Äh Im Panzerball Scheiße zu bauen Also ich Äh Ich hab zu Recht meinen Titel Du bist der Meister des Eigentores Sag ich doch Bin Meister Äh siehste Dark hat doch Recht Bin ein Meister Im Scheißebau Ups Ups Entschuldigung Schneeball Derjenige ist schon tot Der gelieft ist Aber sie sind die beiden Realms eigentlich direkt gelieft Als sie gestorben sind Ey Keine Geduld Elo Das ist der Recruiter Eine irre coole Waffe Warum gehen so viele Leute eigentlich auf Elo Das Spiel hat nicht mal ein Wanksystem Und trotzdem gehen die Leute auf Elo Jo Gute Frage Ups Ups Curse Ja Und Kleine Jetzt Alter Und Schatzfragen Kannst du Bulls Da fangst dein Arme drauf Da fangst du drauf Nope Leider rein Leider gar nicht Der Mutual Verheber Das ist Pleasure Dark Die Retourkutsche Kommt immer auf den Fuße Ne Oh Das könnte die Arsch werden die Dark noch Die Sunny noch nie gesehen hatte Und dafür wurde er belohnt Und Fimster kriegt's wieder geschenkt Aber selbst so kann man das verfehlen Man kann ja Oh Das ist auch eine 90er Waffe ungefähr Genau auf Cursed Ich weiß nur nicht mehr wie die Waffe hieß Als wenn er mich schon genug geschändet worden wäre Ich bin schon tot Das schreie ich auch schon die ganze Zeit Curse wird einfach auf Curse wird einfach Wer hat der Leben Sag ich hast mein Tutorial für den Kaktus eigentlich mitbekommen Nö Du musst das Rohr in einem drin haben Also wirklich das Ende davon Und mit einer Stärke von 1 dann schießen Das Ende vom Rohr muss genau in der Mitte sein Und dann drück ab und töd dich Dann machst du ungefähr 200 Schaden mit einem Kaktus Und tödest dich dabei Hat's ein Schild nutzt Dann stirbst du nicht Du kriegst auf jeden Fall weniger Schaden als der Gegner Das ist ja klar Schade Nee, kann auch treffen Ja Ich treffe noch ein paar Sehr schön, dann wird das eh ein bisschen gelevelt Ich finde die aufgelevelte Version ist jetzt nicht so viel krasser Ja, okay, fangen wir nach Also ja, auf einer geraden Ebene ja, aber wie selten ist der Fall? Die selten... So häufig wie das der Fall ist... Da hast du eher... Ich wäre das geschenkt Okay Akaja brennt Ey, so Die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich auf einer komplett geraden Ebene Shellshock spielt Ist so hoch, wie dass du Beacon bekommst Die mobben mich, Sunny Bitte nicht verprügeln Hä, was ist denn, was ist denn NS? Nice shot Ah, okay Sunny kriegt den auch geschenkt Ja Ich kenn den NS nur als Norvell Summon Ja, Dark, das ist interessant Den kriegt Dark auch Stark krieg ich den aber Möglich? Möglich, ja Das ist ein leichter Schuss Du musst eigentlich nur die Maus dahin ziehen Naja Eigentlich relativ easy möglich, aber trotzdem interessant Pam, pam, pam Das war die letzte Stufe von den Luftschlagen, ne? Artillerie hieß die War das Dämonien? Oder was war das? Was? Die 3D-Bombe ist so stark? Muss die 3D-Bombe nur aneinander dran vorbeifliegen? Scheinbar Ich dachte, man muss damit dann genau treffen Ich wusste nicht, dass du einfach damit durchschießen kannst Okay, 3D-Bombe ist ja das mit Abstand stärkste Also für den Modus Also 3D-Bombe und Rainbow sind die besten Sachen Nein Einer von uns Nein Und Dark, das wird jetzt schwer Aber ich glaube an Das kriegt selbst Dark kaum hin Dark, wir glauben an dich Lass Fiep nicht gewinnen Nein, Dark, wir glauben nicht an dich Ja Ja, sowas hatte ich leider nicht Sonst hätte ich das gerne abgefunden Mein Held Und Fiep kriegt es natürlich geschenkt Ja, irgendwie schon Und Dark wird wieder Oh, Mann Ja Und wir älter erst Das Spiel ist gerade sehr einseitig Also Fiepzer ist von der wäre ja niedriger Deswegen kann ich es verstehen Also wenn die jetzt nicht getroffen hätten, ey Das wäre kind of doof gewesen Warum nicht der eine geschenkt? Schon wieder geschenkt, ey Das ist so dumm Weißt du, Dark arbeitet wenigstens für seinen Victory Das ist auch relativ geschenkt Siehst du? So, ja Die Glock kann aber auch stark verähmen Ich weiß Aber Ja, das ist aber so Das ist der eine Das ist der eine Ach, wie fies ist das denn Egal, der wird eine Schusswaffe haben Residenz? Was ist das Residenz? In welchem Bundesland du wohnst? Ach so Apache? Ich wohne ziemlich weit von euch weg Boah, das Verein ist halt ein tolles Bundesland Aber er hat einen Punkt Er hat einen Punkt Bro, das wird noch so knapp, ey Der ist wieder geschenkt Wir waren gerade eben Bei der Ladungsrunde der letzten Bei 30 Runden, Sunny Oh, wow Da hat er zielen Bei 30 plus Runden Das ist geschenkt Aber Ja Man sieht durchaus, dass die beiden nicht umsonst Level 90 plus sind Naja, der Fiep da hat es fast durchgehend von die Nase bekommen Aber so Ja, aber trotzdem Auch wenn die mal etwas weiter sind Trifft er sie trotzdem noch irgendwie Und kleiner kann das Ziel auch nicht mehr werden Ja, das wäre sonst Fucking schwer Wenn es noch kleiner wird Irgendwie muss das Irgendwie muss die Runde ja mal enden Trifft er ihn noch? Ja Ja, okay Cool Mir ist ein bisschen auf Ausgangs mitgenommen Ja, das ist auch schon fast geschenkt Nee, das ist Ein bisschen wieser Fast, fast Mit Guppis ist es geschenkt Ja Jetzt gerade sitzen die halt immer gut, die Dinger Es waren ja keine Guppis Das war Stufe 2 von Guppis War das nochmal Guppis oder was war das? Nee, das war glaube ich Salz Die letzte, ne, die dritte Stufe davon Obwohl es war so rötlich, könnte auch die vierte gewesen sein So langsam wird es schwierig Dritte Stufe ist doch auch rötlich Dritte Stufe ist Paprika und dann Quennen Er macht einen Cactus Strike Er spielt Risky Also dritte und vierte Stufe von Salz und Pfeffer Und er ist geschenkt Der ist geschenkt Ja, Dark muss ja auch mal was geschenkt bekommen Und ich habe es schon geschafft, selbst solche Schüsse zu verfehlen Ich auch Dark will ich nicht spielen Warte Darf musst du auch erstmal Pech haben, ne? Ja Dark wollte halt riskieren Schade, wir können das ja nicht ein So, dann bin ich mal bitte Dem Pfeepen-Point gebe ich Sunny nicht Was? Ich stelle mich doch nicht da drunter Jetzt muss ich nur treffen Ich habe einen Ich habe später noch Einfach geradeaus Die Wand da schießen Ganz oben am besten Was macht Feuerwerk? Ich sage Es landet auf Und dann schießen wir Ein paar Dinge hoch Und dann platzen sie Das ist das, was gerade eben 220 gemacht hat Ah Du willst die Scheibe nicht uns treffen Du willst vielleicht ein bisschen höher zielen Ich meine ja nur Dann bin ich überlegen Lass mich Mh, was nehmen wir denn? Also ich habe diese Runde echt Whisky Sachen Ich habe Bounceyboy, ich habe Moons Ja, bleib da stehen Find ich gut so Also ich spare mir die Moons sogar für später auf, weil die streuen ja auch Richten jeder außer mir die Das war eine Bounce, ja Ich werde zwar eventuell direkt die erste Runde raus sein, aber The Whisk, no fun Was machst du denn? Der mag es eben nicht Ich will Spaß haben Der hat das Sparmenü gewählt Nope Tschüss Akaria Ich bin nicht der erste Aber auch nur weil er das Whisky wollte Whisky for Biscuit Verbrecherkette Aber Na Sunny Na Ich wollte eigentlich, dass du mit mir hier unten bleibst Ich bin schon tot Juhu XP Oh, du hast da etwas richtig Gutes, den Oddball Den schieße ich nur dann, wenn es sich lohnt Also nie Ich bin schon tot Oma, ey, wo schinde ich, du Wie nach der Runde bin ich wirklich weg Zuerst, sobald ich raus bin, bin ich weg Ja, das ist ja schon fast geschenkt Warum nutzt du eine Kanate dafür? Jetzt muss ich hier raus Äh Ich habe richtig viel was streut, das finde ich wunderschön Das ist ja wunderbar Das ist ja wunderbar Nur das kann ich ruhig loswerden Danach habe ich fast nur noch Streuwaffen Kann der bitte bei mir gleich auch so liegen Eins, zwei, drei Habe ich Waffen, die nicht streuen Schieß den Oddball Den habe ich mir einfach nur gegönnt Weil ich einmal 100er gewonnen habe Und mir dachte, das Ding kostet eh nur 100 Weil seitdem habe ich eine scheiß Waffe Oddball ist nicht scheiße Oddball kann stark sein Oddball ist bei mir immer scheiße Es kann stark sein Sani, das war schön, nicht gekannt zu haben Ich glaube auch Betönung liegt auf Oddball kann stark sein Also eventuell ist das Keil oder nicht, Alter Eventuell könnte das schwarze Loch dir helfen Ich würde halt wirklich eine Streuwaffe dafür nutzen Das Problem ist, ich habe keine Streuwaffe Das schwöre nicht gekannt zu haben Wolle frei Du hast du mir eine Starke Nein Geht's jetzt, Sani Du wählst einen Oddball hier, bitte Ja, Oddball Ciao, Jungs Ciao Der schöne Kottball Schön mit dir, Sani Also ich kann auf jeden Fall sagen Was hier diesen komischen Toffee-Karamell-Pudding da angeht Der muss nicht nochmal sein Das tut ja schon an den Zähnen weh So süß wie der ist Ich müsste mal demnächst mal Wirklich auch zum Zahnarzt Mittlerweile Ich theoretisch auch Aber es tut nichts weh Also warum Ja, zumindest wegen Zahnsteinhaut Aua Gut, dass ich so viele Streuwaffen habe Dadurch habe ich in diesem Modus gerade einen riesen Vorteil Weil Streu ist immer gut Vor allen Dingen sowas wie Flamme Hm, nur bedingt Je weiter das Ziel weg ist Wahrscheinlich ist es, dass Flamme verfehlt Fortflinte ist für den Modus richtig stark Weil das richtig breit fächert Aber trotzdem mal auf eine Stelle konzentriert Also das ist ja fast so Aber trotzdem kann es verfehlen Oh, schon wieder Das dumme Ding Ich finde, kann trotzdem ziemlich einfach verfehlen Wie man bei mir sehen konnte Ich habe mich selbst getroffen Das war eine so kacke Oh, hi Na, mein Scheibchen? Ich wollte nicht treffen Ich wollte nur ein bisschen die Ebene hier ein bisschen flischen Ja, machen Ich hätte das Geschütz schießen sollen Oh, ja, die Tragenten Oh, der Geldregen fliegt recht weit Ich dachte, der fliegt nicht so Oh, die Waffe will ich auch haben Mit der kann man so schön die Map schrotten Äh, das könnte ekelhaft werden Ich habe die Tragenten mal sicher zweimal geschossen Die sind sehr merkwürdig geflogen Das habe ich überhaupt bekommen Feger Also wenn du mal die Linien anguckst Der ist wirklich merkwürdig geflogen Das eine komplett woanders war Da freut man sich Das hätte auch anders ausgehen können Ja? Warum ich? Okay, ich muss doch nicht dran glauben Ui Wie mache ich das? Mit nem Ring Wer will mich heiraten? Der da War sogar ein Crit Ich habe dir meinen Ring geschenkt Nimmst du ihn an, Curse? Alter, wie viel Pech Ja, das habe ich mir auch gedacht Wie? Da ist es halt genau dran vorbeigeflogen Auch da können wir doch Ich hatte auch schon mal schönere Tage In meinem Leben Bitte Ja Ich habe nicht mehr viel was so streut Ich habe auch mal dieses so nahe endlich bekommen Ja Gigi Ich habe gewonnen Wurde aber auch Hi Ich stehe kacke Warum muss ich anfangen? Ich Ich gehe auf Nummer sicher Oh Gott Wie fliegt der denn? Ich bin einfach auf Nummer sicher Oh Gott Ich habe den Floki geschossen Ich bin dazu verdammt Hier hinten hier zu bleiben Hey Zuschauer Beuhr mich an Bitte Dass ich Glück habe Verfehl Niemals Oder meinst du Dark? Alle Bin gerne Es war schön mit dir, Cursed Und der Elf ist raus Hey Cursed Du bist trotzdem nicht Der Erste der tot ist Keine Ahnung Ich habe einfach geschossen Da drüber Dark Das wird wieder ein Duell Zwischen uns beiden In der ersten Runde Obwohl Cursed Ich glaube an dich Du schaffst das Du berechnest jetzt den perfekten Winkel Und triffst das Ding Sag ich doch Ich würde dir helfen Aber ich kann nicht Oh das ist gut Ich muss nur so zwei, drei höher schießen Ich kann dem blöden Schuss Ich muss hier raus damit Ich rette dich Du hast den Stein erst mal Auf Akaya geworfen Ich bin schon tot Oh Gott Um Gottes Willen Hilft mal nicht Oh Pinger Davon habe ich auch Bisher nur die zweite Die dritte soll relativ in Ordnung sein Ja ich balle den letzten Von den normalen raus Gleich habe ich dich Dark Das trifft noch Also der ist jetzt geschenkt Mit 21 Hatte ich gerade eben Ungefähr Da getroffen Ja ich habe noch Mit dem Kaktus erwischt Kannst du mir auch Ein paar davon geben Wovon du gerade So viel erhalten hast Hätte ich echt gern Au Aua 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 Was habe ich dir getan Warum Dark Warum Ich war doch immer Lieb zu dir Jetzt bin ich hier In einem Scheißloch Da gehörst du auch hin Aber wenigstens komme ich Nur mal vor der Ecke Da weg Ich hoffe ich komme Nur den Berg hoch Aua Ich meine jeder bekommt In Shellshock was er verdient Wenn du im Loch gelandet bist Wirst du das wohl Verdient haben Sollte treffen War ein Versuch wert Ich wollte das Ding mal leveln Nein Wieso Warum Weshalb Gnade Jetzt muss ich Mit dem Trick schießen Sonst sterbe ich Nein Das ist nicht besser Ein Glück Nicht so viel weiter Zwischenwand Warum kann das nicht Nach dem Witz sehen Danke Dark Danke dass du mich In die Höhle geschickt hast Der Bogen kommt nicht mehr runter Da liegen zwei wunderschöne Päckchen Aber keiner kommt ran Wie auch Hüpp Warum 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 Ich muss wenigstens nicht als erster Geht er sich selber umbringen Nee Das war eigentlich Schlau von ihm Weil ich kann nichts machen Treffen die Züge ihm Während er da drin ist Ich schieße jetzt nur so Weil ich über ihn drüber schießen will Und ich weiß wie ich ihn sonst so treffen soll Ich probiere einfach mal aus Ich weiß nicht ob die Züge ihn so treffen können Akaya Noch da Hm Äh ja Ich Hab gerade noch mal was anderes gemacht Er ist in der Bubble Egal Nicht mehr lange So jetzt die Frage Ah ich muss mich nicht mehr drum kümmern Was ist so dass die Züge gerade da oben abgeprallt sind Ja Nein Ich will hier weg Ach stimmt es gibt ja auch noch den Wind Den hab ich vergessen Oh ja ich hab Grand Final Ich überlege gerade Ich schieße die Möwe einmal Weil Äh In 100 Und danach versuche ich Äh Normal wieder zu treffen Die Möwe kann man aber auch nicht anders schießen Weil anders bringt die nix Ich habe auch komplett vergessen Dass du deinen Team jetzt in dem Modus Eigentlich keinen Schaden machen kannst Deswegen hab ich einfach mein Grand Final einfach reingeprügelt Als wäre nix gewesen Diese Schlange ist wunderschön Ich hab zum allerersten Mal den Snowball Der ist kacke Also wenn der ähm Beim letzten Hit trifft Dann ist der stark Aber ansonsten ist der Müll Ich lass den Snowball hier den Berg runterrennen Den Stefan Baumi Hat er sich selbst getroffen oder wie Ja die Python Äh die Python Die ist in ihn wieder zurückgegangen Ich klopp einfach nen Schneeball hier den Hang Ist genau an ihm vorbei Scheiße Der Schneeball ist da zu Oft An derselben Stellung Warum Wieso Weshalb Warte Ich mach mal mit einer Stärke von 3 Und hau jetzt die Torpedos raus Dass die schön alle auf ihn drauf fliegen Und hoffentlich mich nicht mittreffen Zumindest nicht viele Äh Wenn ihr mich nicht ähnlich bewegt Treffen sie mich nicht mit Gottball Ich 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 wollte die wahre Power von Notball zeigen Aber so geht es nicht allzu gut Ich will leben Ne Streamerfokus Wenn du irgendwie Malch eine Kirsche Die nur auf dich basiert Ich will leben Alles geht auf dich selbst Deine Mates Wenn das der Fall ist Denn weißt du Du bist falsch an diesem Ort Warum Ich meine Mates Hör dieser Streamerfokus Ich stand aber auch von Anfang an Kacke Als nächstes Beiß dich ins Gras Das ist halt der Streamer Glück Hallo Das ist gerade rausgekommen Mit Lichtgeschwindigkeit wieder weg gewesen Das war Das war Insinn wieder weg Das Ding Ich mach gleich die Fliege Ich will hier nicht mehr sein Hätten sie alle mit mir tauschen können Nö Ich hätt auch nicht nein gesagt Die kommen alle wieder zurück Nö Alle Zum Teil Ein Magnet hat getroffen Oh Dieses Paket ist jetzt eigentlich schon schmackhaft Ich kann mich nicht zurückziehen Verdammt Dieses Paket schmeckt dafür zu sehr Äh Die Tastenkombination fürs Clippen Kenn ich nicht Oder meins halt den Befehl Der macht nicht dass man clippt Äh Meinen lieben Zuschauer Wenn man den Befehl hier eingibt Der macht nur die Nachricht Das macht nur die Nachricht Das ist keine Tastenkombi Wenn Dark nicht nachdenkt Oder er wenn er nicht zuhört Wart mal Warum kann nur ich denn Nö Den nutzen Den sollten eigentlich alle nutzen können Dann lieber Bot Was läuft da falsch? Also ich kann Naja Woran das wohl liegt Nee Ich hab das eigentlich eingestellt Dass jeder das nutzen kann Hab grad sogar noch Einmal nachgeguckt Aber woran das wohl liegt Dass ich es kann Aber normale User nicht Meins? Ich hab's nicht mehr bekommen Verdammt Das ist wie die Mit Lichtgeschwindigkeit abgehauen Ach nee Da ist auch ein Delay zwischen So eine Minute Ja so kann man die Monde auch nutzen Ich zieh mich noch weiter zurück Verdammt Geht nicht Ey jetzt Der Shadeo ist der vierte Der macht gerade Dass du abhauen kannst Ich würd mich bei ihm bedanken Danke Kanonenfutter Traurig aber wahr Aber das richtige Kanonenfutter waren wir beiden Die halt direkt neben dem Gespawnt sind Na Der Grund warum Der Shadeo da reingeht Ist weil er halt sehr viele Messer hat Wie hat er es geschafft Genau die Drohne zu verfehlen Mit den Silly Balls Ich weiß jetzt nicht Wer von euch beiden das halt war Ich nicht Ja das wissen was weiß ich Aber ich weiß nicht Wer von den dreien da hinten Die Silly Balls geschossen hat Er hat ganz ganz knapp Die Drohne verfehlt Glaublich nur so einen Millimeter Ab in dein Loch Du solltest in dein Loch Du könntest den Teleport Unternutzen und aufs Beste hopfen Ich mach mal No Whisk No Fun heißt es ja Und was schießt du raus Einen Roller Roll 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 Ich hab leider nicht viel besseres Oh La Custa Ich findest noch nicht Nächste Runde hab ich erst den guten Kram Cursed? Bist du bereit? Cursed ist Cursed Ich bin genau auf der anderen Seite gelandet Als nächstes muss ich dran glauben Komm zu mir Äh ich hab nicht Er geht direkt auf mich Ja aber der Wind rettet dich Ja ein bisschen Los auf euren Meister Autsch Ja einer geht zurück Zum Absender Warte Da kommt noch ein Skillschuss Oh das stimmt ja Der geht ja jetzt durch Der geht auf mich Der hüpft jetzt nicht ernsthaft Zwischen den beiden Wänden Die ganze Zeit jetzt hinten und her Oder? Nee Oder? Der Nee der geht ja Nicht weiter nach unten Also einmal geht der noch Glaube ich Oder auch nicht Ah die haben das wahrscheinlich Gepatcht Dass er nach einer bestimmten Zeit Äh nicht verschwindet Auch wenn es mich ebenfalls trifft Was schießt du denn? Ich muss weg hier Das hätte ich nicht so geschossen Ich will einfach nur Den Gegner runterdrücken Weiter Scheiße Jetzt hab ich ihn ja noch Größere Angrossfläche Auf mich gegeben Kann es sein Dass du einfach nicht sterben willst? Äh 23 Uhr Das Maximum Da wollte einer eskalieren Du bist dein nächster Kaya Komm zu Nein Niemals Einer von uns Naja ich bin momentan alleine Weil der andere geflüchtet ist Aber einer von uns Niemals Du komm zu mir Ich will nicht mehr allein hier sein Ihr könnt auch die ganze Zeit Den Chat für euch nutzen Wer ist direkt hier Äh Ein Community Stream Privat Äh Ne Community Stream Lobby hier Community Könnt ihr nutzen wie ihr wollt Gibt kein Limit dafür Ihr müsst nur ein Game Hat hier sein Um da rein zu können Doch nie Ich hab da aus Versehen was falsch eingestellt Weil äh Als ich letztens alles umgestellt habe Oder? Ne Na Kaya Wie ist es so Im Reich der Toten Bei mir Krepier Wir sind beide im Himmel Ne Es ist wunderschön hier Aber warum brennt eigentlich alles? Also der Typ Da in Rot mit den Hörnern Hat gesagt Das ist der Himmel Aber Irgendwie glaube ich ihn nicht so ganz Krepier Mach doch mit bei dem Spaß Oh der Sticky Rain Der ist auch toll Der hat eine Apart Chip Komm Es sieht eigentlich Richtig gut aus Sie könnten noch gewinnen Vor allem weil der Mech Attack Nicht ganz so gut ist Attacke Los So ist meine Handlanger Ihr seid nicht meine Handlanger Keine Sorge Der Bache ist so gut Wollen wir mal den Zweck nach oben schießt Er kann so viel Schaden raushauen Schwert und Schild Die sind lustig geflogen Das Rohr hat doch eigentlich rausgeguckt Es hat sogar ein Händer getroffen Verteiler? Was ist denn Verteiler? Kenne ich die Waffe Verteiler? Akaia? Kennen wir die? Was Eiler? Ne Keine Ahnung Es ist schon wieder mit Lichtgeschwindigkeit abgehauen Bei mir nicht Warum haben die es immer so eilig Sobald ich mit der Maus drüber gehen will Das ist ja fast wie Achso Die zweite Stufe wahrscheinlich Verkaufen Dreifach Schaden Jetzt musst du raus Äh Shadies Mit dreifach Schaden Ein Nuke Und dann ein Crit Das würde Schaden machen Oder noch besser Dreifach Schaden Imploader Dann auch noch Ne mit dem Imploader kannst du ja keinen Dreifach Schaden mitnehmen Ich weiß Das obere Portal ist verschwunden Ja Es gibt kein Portal mehr 180 Das verschwindende Portal hat Schaden Vor allen Dingen Wie das Portal weggeflogen ist Ne Genau zu Shadies Zurück zum Upsender heißt es ja Trifft es noch einen anderen? Ne Manpage finde ich eigentlich auch recht gut Das fliegt eigentlich genau so Also es landet zumindest da wo auch normal treffen würde Aber man kann über den Boden halt schießen Zumindest wenn man nicht rausschießen würde Dark will da weg Wie es scheint Dark, da schließe super Ne Dark will nicht weg Dark will einfach nur in die Schusslinie Dark will das nächste Anonenfutter werden Ja Ich meine Aramuett zieht Agro Aber Mech hat andere Prioritäten Schnell Dark Hol dir die Waffe Vorher er es tut Prioritäten Genau die meine ich Area Attack hat er Phantasmus Er hat Area Attack Womit ich die Runde Phantasmus ist doch die dritte Stufe Von dem Verblüffern meine ich oder? Wer weiß Oder ist das von Spatz die zweite? Ne das ist Spatztastik Nur ein 5 Ball Ich habe übrigens noch nie zweite Stufe von Spatz bekommen Ist jetzt auch nicht so gut Warum du schießt da mit 2? Doppelter Spaß Können trotzdem beide null Schaden machen Kann es irgendwie Kann es irgendwie sein dass du grünes in deinen Ohren hast Weil die sind durchsicht Hä? Also ich sehe den Ich sehe die Shellshock Map durch deine Ohren Eigentlich habe ich nix grünes in meinen Ohren Die sind braun Die an der Stelle die äh irgendwo ist durchsichtig ist Weiß nicht was das Ding hat Warte Ah ne Stimmt ist Das ist ja wahrscheinlich kein Greenscreen mit dem du arbeitest Wer ich wunder Wer ich wunder Wer hätt's gedacht Warte Guck Hab doch Ohren Weiß gar nicht was du hast Ja aber trotzdem ist da was durchsichtiges Jetzt nicht mehr Ihr könnt das schaffen hier 3 Er hat nur noch 600 Zusammen hat unser Team noch Ein bisschen mehr HP Eventuell Außerdem haben sie auch mehr Kanonen Ja die können halt mehr Schaden raushauen Der hat verloren Das schafft er nicht mehr alle 3 zu killen Außer er haut jetzt Imploder raus Imploder ist ne level 100 Waffe Imploder kriegst du auf level 100 Das war jetzt auch nur ein Ritz Selbst wenn du einen Mega Nuke hättest würdest du das nicht schaffen Du könntest die beiden da rechts töten aber Dark könnte ihn immer noch wegrecken Ja aber er könnte wenn er noch ne starke Waffe hat Dark töten Ich glaube er für Treibsand was Dark schießt Doch nicht Oh Ausgrabung Okay der wurde gut ausgegraben Also der ist auf dem Podest 147 ist ein ausglücklicher Kampf Das war's mit dir Meg Ich hab's nur schon mal geschrieben Ich will irgendwie kein Juggernaut sein Ja Juggernaut kriegst du halt alles ab ne Aber kannst halt auch übelst stark deine Waffen leveln Ich hab aber halt keine starken Waffen Weswegen sich Juggernaut lohnen würde Beziehungsweise ich habe schon ein paar starke Waffen Ich bekomm sie nur nie Vielleicht sollte ich doch mal den Luck Skill Baum da leveln Was Überfälle Ja die Community dass ich die zumindest so in ne Shellshock Äh ich hab so ne Shellshock Liste äh für die Feuerwehrmelder So ich geh immer safe Warum bin ich wieder gegen Dark Dark ist einfach ein zu mächtiger Gegner Vor allen Dingen er hat das Rebound trainiert Ich hab nicht so getroffen wie ich wollte Ich wollte äh das runde Ding treffen Nicht die Scheibe Ich hab genau dran vorbeigeschossen Ach stimmt das ist ja Rebound Ich hab mich schon grad gewundert Warum hab ich keinen Schaden genommen Ich schieß endlich mal Ich schieß jetzt das allererste mal die zweite Stufe von den Gobbys Und die hab ich ganze zweimal Oh Wenn ich jetzt sexy Frösche rüber Aber die drei Stunden beim Stream kriegen war es wahrscheinlich noch voll oder? Der Gobbi kam genau in dich zurück Ich probier was Das kann in die Hose gehen Ich weiß nicht ob das funktioniert Was ich vorhabe Aber wenn dann ist es cool Hm Ich schieß nämlich jetzt mit ner Drohne darunter Sehr whisky Es tut mir leid Dark Es tut mir leid Ich hab genau nie im anderen Tag getroffen Und seine Hand war einfach nur Yes Ich mach Ich schieß so Ich hab ne Happy Troon geschossen Ich hatte nie hoffen Du hast sie wieder nach oben bounced Wenn du sie schräg reinschießt Bounce sie doch nicht gerade nach oben Ich hab so weit wie möglich versucht Die Mitte zu treffen Achso Und da ist einer gelieft Weil er nicht getroffen hat Junge solche Leute sind echt ätzend Wegen solchen Leuten macht Cheshire keinen Spaß Wenn man solche ner Runde hat Ja vor allem wenn es deine Mates sind Dann äh dann freust du dich nicht Wo willst du hin meine Hexe Was ist mit dem Siegall passiert Ich habe Angst Wo landet der Im Loch Zumindest stehe ich hier relativ sicher Ich sag relativ weil man es trotzdem schaffen könnte Erst gegen das linke Ding Dann gegen das rechte Und dann in mein Gesicht Oder einfach direkt etwas was Nur gegen eins davon schießt Und LOL Aua LOL Obwohl es abgeprallt ist Wurdest du getroffen? Ja Ha Aber es hat einen neuen Schaden gemacht Ich hätte das Ding nicht anständig treffen können Ey du Gurke Nicht auf mich Ich hab ein Schutzschild Hm Ihr habt keine Chance Ich schieße mal Welche Waffe will ich denn gleich schießen? Ich schieße mal diese werten Herren Die Monde Der Stein war gut Danke Was? Ein Mond hat getroffen? Wo? Keine Ich kann nochmal eigentlich Overcharge machen Irgendwie hat ein Mond getroffen Aber der ist anscheinend so schnell geflogen Dass nicht mal eine Linie aufgetaucht ist Das hätte treffen können Ja Das Spiel will mich tot sehen Da haut wie eine Säge raus Ja das ist Rebound halt Ich glaub dass wir aber nicht mehr zur Panzerball kommen Eventuell Komm jetzt gib mir mal was Gutes Damit kann ich arbeiten Los meine Kometen Ich hab dich getroffen Ich hab dich getroffen Mein Kometen hat sich erwischt Ja Das war glaub ich mein erster Treffer Hätte der nicht mal Team getroffen hat Der Double Damage der passt mir leider nicht so sehr Nein Böse Ich bin froh wenn ich überhaupt mal treffe Bin ich ganz ehrlich Oh kacke da kommt ein Atomerwiff zu euch über Danke nein Er hat die Schnauze voll Und er hat das Ding nicht getroffen Wie kann man etwas so Großes nicht bouncen lassen und dann Was hört ihr gegen mich? Einfach River Nichts das ist das Problem Wie sollen wir dich sonst vor Gericht ziehen Wenn wir keine Beweise haben Für deine Untaten Ja das Ding beschützt mich Ja Fass auf Absender zurück Ich glaube egal wie ich schieße Ich werde nicht peffen Obwohl Doch Eventuell Das war ein Versuch wert Aua Ich verstehe nur wirklich nicht Warum die Leute unbedingt so Auf ihre Elo geilen Persönliches Ranking Damit sie sich gut fühlen können Nur in Cheshire bringt einem Elo ja nicht mal was Ja Ich bin ja nicht mal so Dass es irgendwie ein scheiß System mit Belohnungen oder sonst was gibt Oh Schade fast Komm Gerade reinschießen Dann fliegt es auch gerade wieder raus Los man Fall Triff Flieg und Sieg Falsche Richtung Nicht auf mich Leute Nicht auf mich Wer hat die Disco geschossen Wer von euch hat Diese scheiß Disco-Characke Ich würde mal sagen Der MD Die zählt leider nicht Die Bande außen zählt nicht Das war ein Versuch wert Warum Warum will ich mein eigenes Team umbringen Weil dein eigenes Team nun mal Sich vernichten will Oh nächste Runde gibt's neue Waffen Ich hab den ganzen Stream Ich einmal meine Atombombe bekommen So gehört es auch Die sie doch nur auch einmal haben Das ist schon an Lucky Vor allem ist es halt wirklich genau zu mir zurückgekommen Äh Cursed habe ich eventuell Letzte Worte Oh ich hab Raid sogar noch mitgetroffen Oh Gott das Ding hat gerade beschleunigt So Da waren es nur noch zwei Das wird eh niemals was Mein Aim ist eh für ein Eimer Okay Mach dat Ich meine die habe ich sogar auf hochgestellt Was Äh Die Hindernisse auf hoch Sehe ich ja ziemlich hoch Nur Portale Ich glaube das beeinflusst nicht Wie viele von diesen Bouncingern da sind Doch eigentlich schon Also zumindest bei Rebound nicht Doch Komm Ja wenigstens einer Aua Aua Ja Und ich bin natürlich der der vermöbelt wird Das weißt du doch noch gar nicht Na doch ich bin der niedrigste Ach scheiß wir schießen alle gleichzeitig Oh ja Und natürlich bin ich da wo es mich am ehesten trifft Ich mach jetzt was ganz lustiges Ich hoffe du hast keine Arachnophobie Ne hab ich nicht Oder auch nicht Da sind drei Waffen aufgesogen worden Das war schon Knapp Nein danke Ach da bietet sich etwas lustig an Die Drohne bringt einen nichts die muss auch erst vorher Waffen dafür die Bounce Äh 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 die Waffe Es muss erst bouncen und dann die Drohne treffen bis die Drohne Schaden macht Meine ich zumindest Ja ich bin geschützt Nein bist du nicht Komm rein und ich hau dich in Stücke Ich brauch nicht reinkommen Ich hab nen Feger Ach ne der prallt ja auch ab Ich hätt dir nen Zipper nehmen müssen Ich hab was lustiges Bitte tausch noch zurück Warum kann man seinen Schuss nicht abbrechen Ich hab was Ich hab ne lustige Waffe Die wird mich aber selber treffen Ich hab getroffen Ah ne Die kann mich ja gar nicht treffen Weißt du warum die dich getroffen hat Weil sie da drin angefangen hat und dann rumgehüpft ist Guck mal der Wind macht die Äh äh Guck mal die weichten der Wand aus Die sind gut ausgewichen Sowas hat man auch noch nicht gesehen Die wollten diese Wand nicht treffen Und jetzt kommen die so in nem Bogen wieder runter Ja Auch das ist halt am besten Die fliegen einfach senkrecht Da bekommt die Bedeutung alles senkrecht Nochmal ne andere Bedeutung Trickshot Wir machen hier nur den Trickshot Ja? Trickshot! Ja? Ja? Nein! Aua! Oh Junge ich bin auch genau im Wind ey Ja! Ja 90! Vernichtet mich doch gleich Ciao! Komm hey Komm kann mich nicht noch irgendwas mit 40 damage treffen? Bitte Äh ich hätte ne Pinata Es war halt sogar die zweite Stufe davon ne Ich verspreche nix Wer auch immer kam den Pinata da gerade gemacht hat Der hat nur sich getroffen Ja ich hab Baby erwischt und dich Die Granate hab ich gemacht Äh ich würd mal sagen Das Ich glaub mein Happy wollte sich gerade selber töten Ich schieße nen Spatzer Hier kommt meine Wasserbombe Ich glaub du bist Rib Ich töte mich schon selber Nicht wenn ich dir zuvor komme Wieso lebst du noch? Und wie hat der Spatzer mich verfehlt? Drei Punkte hat der noch Den hab ich so gut getroffen Also Ich hoffe das keine Katzenhaarallergie Ich hab selber nen Kater Kann ich doch nicht riechen Außerdem hab ich Katzenohren Kann ich doch nicht sehen Siehst du doch im Stream dass ich Katzenohren habe? Nö ich hab den Steam gerade nicht auf Bin zwar drin hab ich ihn aber nicht auf Tschüss Aua Ich hab dich mit nem Sipper vernichtet Hat das nur was Gutes? Es geht Ich hatte eh mal Abfall in meinem Inventar Das hätt ich auch so sagen können Auch den schweren Heukroller kann ich eventuell noch gebrauchen Abfall Alles von mir ausnahmslos Abfall Da kommt ne Disco Oh nein Not the Disco Ich bewege mich ein bisschen nach hier Und dann mal Yo overcharge Ja das könnte treffen So wie du's vor hast Happy Das könnte Es wollte aber nicht Da hat jemand was versucht Ich hab einfach kein Glück ne Los Splittergranate Lande bei ihm da hinten Es kann noch oben abbouncen Das war knapp Zeit Dieses Schwert Zu vernichten Es zu brechen Und das Glück herauszusaugen Ich habe es verfehlt Äh von wem war die Drohne? Vom Dark Das werden wir nicht überleben Happy Das sag ich dir jetzt schon Wir können das noch friedlich klären Friedlich hat sich totgelaufen Wir haben uns gegenseitig umgebracht Geht's nicht Dark Denk halt ich ja auch Hier Akaja in mein Team Akaja in mein Team Nein Akaja in mein Team Ne Ne Ich will nicht So wie Happy schon gesagt hat Manchmal gewinnt man Manchmal gewinnt man Ich soll unser Tor hochbringen Hab ich gehört Ich hab gehört Ich schieße dir jetzt mit Strobo drauf Was hast du denn? Hab direkt ein Tor gemacht Ich weiß gar nicht was du hast Hab doch instant ein Tor gemacht Was will denn in einem Team sein? Und du beschwerst dich immer Ne im Normalfall will man nicht Der Ball ist instant reingegangen Okay Happy will das Tor runter machen Ich weiß was ich so tun hab Nein nicht Schrapnel Du bist krank im Kopf Du bist doch krank Ich wollte ihn da raus haben Hat doch funktioniert Ich hab auch ne Waffe mit der ich Wenn ich Glück habe den Ball richtig gut rumfeiern kann Und wenn ich Pech habe Ich würde übrigens eine auf die ich tatsächlich schießen Weil ich einen Mega Bauarbeiter habe Ich warte aber bis der Wind nach links geht Ja genau deswegen Warum? Es ist praktischer wenn wir ne Wand vor unserem Tor haben Als wenn wir das Tor weit oben haben Warte Außerdem ist der Wind jetzt zu uns Kamikaze Flummi Er liegt noch genau da wo er angefangen hat Ich hab halt nix um das weg zu schrotten In diese Wand Egal Ich theoretisch schon Ich hab ne Schrottgun Ja jetzt genau so da reinfallen Schade Du hast wieder ne Vorlage Du hast aber nix aufm Rambok Ja der Rambok der wär jetzt aber nicht so toll Der kann aber eventuell ganz gut wegschießen Weißt du was? Nein gut ist aber nicht Dein großer Berg nervt mich Korn? Ich weiß nicht was du hast Du willst halt Du weißt das Tor Das einzige Problem ist Du willst halt unser Tor treffen Und triffst deswegen das Gegner-Tor Ich will nicht unser Tor treffen Doch Du willst immer unser Tor treffen Und Happy macht unser Tor jetzt runter Nee Ah nee doch nicht Shooting Star Warte der kann doch eskalieren der Ball Nö Ich will doch auch mal in den Ball Okay der Berg stört mich Geh weg Berg Ich entferne den Berg immer mehr Der Rambok macht Schaden Ne ich Er ist halt wirklich auch noch perfekt rüber geflogen Ich könnt Gruppis rausschießen Ich hab nix mehr um den wegzuballern Ich mach grad irgendwie alles um diese Kackmauer hier vor mir wegzubekommen Du machst den Gegnern nur das Leben leichter Sagen wir es mal so Ich räum das aus dem Weg was mich stört Oh ja bitte hilf Der hilft mir mit nem Grand Finale Woher wusste dass ich auch eine Grand Finale hab Gruppis Also ich wiederhole ich weiß nicht was du hast Guck mal wo der Ball liegt Der liegt ja wunderschön Der ging aber nicht rein Ja das wäre aber fast Tor Nummer 3 gewesen Was ich sogar mit dem prekären Lagen Äh hier mache Oh ne nicht die big fucking gun Wie krieg ich den da hinten bewegt Und ich hau den Berg noch weiter weg Ich baue den Berg ab bis er nicht mehr da ist Ich hätte eine Idee die funktionieren könnte Aber ich glaube nicht dass ich sie hinbekomme Ich trage Schicht für Schicht vom Berg ab Ich wollte dass der Regen da drin landet Dann hätte er ihn vielleicht reingeschoben Habe ich sonst noch was um den Berg abzubauen Ich hab nix um das Ding zu treffen Ich kann allerhöchstens jetzt noch Frösche darüber ballern Ich hätte halt nen Clover Der mit Glück den Ball richtig wegfeuern könnte Aber den treffe ich da niemals Wenn man schon von Fröschen redet EIGENTUR Bitte lass mich mal versuchen Ich will mit Clover hitten Ja ich baue hier nen Berg Äh Vielleicht so Wahrscheinlich verfehlig Natürlich Wäre aber eh nix geworden Guck so ein Berg ist gut Wie wir ihn da haben Ja halt inseln vom Tor ne Da musst du nämlich von oben mal reinschießen Und ich will einfach den Berg der von mir ist Nach wie vor entfernen Also ich weiß nicht was du hast Wir gewinnen 3 zu 0 gerade Können wir die nächste Runde einfach mehr Runden machen Als nur 10 Kann ich auch mal machen Dass wir neue Waffen auch mal bekommen können Weil sonst ist anhand der Waffen die man Am Anfang schon hat festgelegt Wie viel man ausrichten kann Ich baue Schicht für Schicht den Berg ab Der Ball kommt zu mir Ja Dark ich gebe dir recht Die Map ist kacke Teilweise sind wir aber auch selber dran schuld Dass die jetzt so ist Und du hast dich beschwert mit mir in einem Team zu sein Ich spiel hier gerade Minecraft Und versuche den Kackberg abzubauen vor mir Ich meine In Minecraft bin ich auch immer derjenige Wenn es da kein Durchgang gibt Dann baue ich mir halt einen Durchgang Ich hoffe einfach mal Dass sie an dem Berg leben bleiben Und zu dem Ball rüberhüpfen Kommt Bewegt ihn Drin Das ist das dritte Tor was ich geschossen habe Ich krieg die Mauer leider nicht weggebaucht wie vor mir Du hast nicht mehr das Recht sich darüber zu beschweren wenn ich in dein Team komme Mache ich trotzdem Ich kam nämlich nicht zu einem einzigen Ballschuss Ja das ist äh last round Ach bevor die Runde startet haben wir jetzt sogar gleich die drei Stunden geschafft Hm Was mache ich jetzt bloß Ich habe leider nichts gutes da Ich habe nichts was wegprügelt Ich hatte was Aber bevor der erste Schuss gefällt ist haben wir die drei Stunden Marke erreicht Yay Da baut einer Stopp der Meister Ist ja gut Ich schieße eine Sternschnuppe darüber Siehste War mir drin Und ihr beschwert euch immer wenn ihr mit mir in ein Team müsst Ich mache heute die ganze Tore Hab ich ne Ne ich habe leider nichts Granatenmäßiges Oh ich habe was anderes Schönes Oh ne Kaktus Kaktus ähm Variante mal mit nem Ball Ah fast drin fast Dark lass mich Nein lass mich Jaaaah Bitte Dark Wo bleibt die Nachricht von Dark Kommt da noch was runter? Ein Regen Dark ist nass Ich habe halt leider echt nicht so viel Gutes Och ich kann Berge verschieben Weg mit den Bergen Oh falsche Waffe Damit kannst du den Berg echt gut verschieben Ich habe eigentlich alle Haffe ausgewählt Klooover Hast du jetzt eigentlich bei Klover mal weiter geguckt? Nö Verpasst was Das war sogar die zweite Stufe vom Klover die ich geschossen habe Ja das vierblättrige Grimoire Ich hätte lieber fünfblättriges Ich auch So Wie heißt es so schön Wie heißt es so schön Wir nehmen den Jetzt den Berg Und schieben ihn woanders hin Ich habe nämlich eine neue Challenge vor mir gefunden Worauf soll ich warten? Ist das grüne Euer Ist das grüne unser Tor? Hä? Ja Moment mal Wir haben doch rechts gestartet Warum ist links Unseres? Ihr steht die ganze Zeit aufs Zeichel Moment mal Warum sind die überhaupt verkehrt herum? Rot Rot ist irgendwie immer Das von Gegner oder? Eigentlich müsste euer Tor generell links sein Deswegen habe ich die ganze Zeit auch das linke gezielt Ich habe gar nicht auf die Farbe geachtet Och Dann habe ich ja sogar wirklich ein Hat ein Tor gemacht Dann habe ich ja tatsächlich sogar kein Eigentor gemacht gehabt Hat ein Tor gemacht Und Aber Es hat mich halt verwirrt Weil normalerweise Wenn der Gegner links spawnt Ist das Tor auch links Yay Eigentor Komm Du hast es angesprochen Ich habe zehnmal zwei Tore gemacht Das hier wird jetzt komplett eskalieren Oh ne Nicht der Flummi Und ein Schrapnel Tschau Ball Weil jetzt die ganze Zeit vom Tor rumhüpfen Und dann in unseres Und ich habe euer Tor sogar noch hochgebaut Du hast es halt auch nicht bemerkt Aber ganz ehrlich Stark Happy Habt ihr das bemerkt Also Im Nachhinein bestimmt Also ich habe halt die ganze Zeit gedacht Weil das Tor links ist Und ihr links gespawnt seid Dann haben wir schon zwei High Level Und die wissen trotzdem nicht wem welche Farbe gehört Mensch stark Ich hätte Party gefeiert Das ist die wahrscheinlich Verwirrung Normalerweise wenn man links spawnt Dann ist doch da auch dein Tor oder nicht Nö Wie du siehst Ist es nicht So Dass er halt genau zurückkommt Der blöde Ding Oh ja Hi Ball Ciao Ball Lauf weg Die wollen dir Böses Ich stehe im Ball Aber bisher ist noch relativ ausgeglichen Also noch stehen die Karten nicht fest Tor Der ging auf mich Das Corki Cluster hat gemacht Was es sollte Es hat ein Tor gemacht Warte was Nein Wo kommt das zweite Tor her Nein Nein Wann haben wir das Zweite Tor gemacht Ich bin gerade ein bisschen verwirrt Naja Das von dir ist das weiß ich Du hast das Tor ja auch bei dir als Goal drin Ich meine Einer von uns hat einmal aus Versehen Eigentor gemacht Das Das habe ich mitbekommen Ich bin ja Aber das andere nicht Das war schwarzes Loch Ja aber wieder halt geflogen Das war merkwürdig Wow so close Dark Den versenke ich jetzt Und dann ist das letztes was ich tue Na kommt mein V Du versenkst hier gar nichts Ja in unserer Runde kommen die neuen Waffen Das ist gut Weil ich hab nichts mehr um den wirklich zu treffen Nur noch den Counter Mit dem Fröschen würde ich gar nichts reißen Bombenladung kannst du auch Die Totte treten Komm was gut ist Ich kann mit dem arbeiten Was ich habe Ja Ich habe eine Sonnensalbe geschossen Komm Dark Rein damit Aber ins rote bitte Äh äh unser rot Du musst auf das rechte Tor ziehen Dark Das ist ein Anzeigefehler Ja Ja Nein So close Wie machen wir das jetzt Äh Ja Kannst du ruhig Wenn du mir sagst Was du schießen willst Also das willst du schießen Einfach mal gucken Wo der rauskommt Genau auf die Stelle Auf die ich gezielt habe Habe ich auch noch nicht gesehen Dass er von mir genau Zum Anfangspunkt wieder zurück kam Wo man hingeschossen hat Ich habe auch ganz komische Linien Ja Salz und Pfeffer Ich hätte die Frösche schießen sollen Was machst du da Was machst du da Guck dir die Frösche Mietze Guck dir da den Ball mal an Da hast du deinen Ball Jetzt kannst du drauf schießen Könnt man mal machen Habe ich gerade so im Discord gelesen So ein Turnier Für Schnellschock Das müsste ich dann aber Noch mal anders planen Danke Also so werden wir uns auch nie einig Perfekt Soll ich wieder schießen Ich hätte nach Palmen geschossen Dann wäre der nach rechts gesprungen Ich muss mal kurz was gucken Ich habe Ich habe Community-Steam aus Versehen Falsch geschrieben Merke ich jetzt erst Hauptsache ein anderer Bügelt unsere Fehler wieder aus Ja Perfekt Jetzt sind es nur noch Eigentore Ich habe vier Tore gemacht Ich weiß übrigens nicht Warum du gerade nicht mehr redest Ich war gemutet Ich habe einmal in Discord gerade reingeguckt Bei mir warst du nicht gemutet Headset mute Achso Jaaa Okay, Dark Kaum runter, Dark Das ist jetzt nur ein Battle Wer die meisten Eigentore macht Oh, der Ball fliegt nach links Oh Ja Ich dachte nicht, dass da links liegen würde Ich habe voller Hoffnung Ich hoffe, es trifft Wahrscheinlich aber nicht Wie ich mein Glück kenne Momentan gewinnen wir Happy Wow, nö, es flog zu weit Und in mein Loch Oder auch nicht Oder doch Ja, in mein Loch Mein Loch hat er zumindest So hat er mein Loch zumindest nützen Ich habe keine andere Wahl Wir haben beide so drauf geschossen Es ist wirklich nur noch ein Eigentor-Battle Ja, es ist noch abgeprallt Das ist nicht unser Tor Wo wir reinschießen müssen Ey, ich konnte den gerade nur mit einem Tunneler treffen Das hat mich schon zum Anfang alle verwechst Aber ich finde es schön, dass uns halt alle verpeilt haben Dass uns irgendwie aus irgendeinem Grund auf einmal verkehrt herum ist Nee, kam nicht an Ich habe keine andere Wahl Ich mache einen Hip-Angriff Und hoffe, dass einer so abprallt Dass der den von links trifft Wir wissen aber alle Dass auch wenn der Ball von links getroffen wird Der teilweise trotzdem nach links fliegt Komm, bitte Ja Ich habe ihn zumindest aus der Gefahrenzone gebracht Und in ein Loch rein Hauptsache Er hindert uns jetzt nicht Ja, das ist wieder wunderschön Bünderbärchen Damit kann ich arbeiten Nee Was? Na, beim Verpuff, wenn man so schießt? Okay Wusste ich nicht Ja Ja Happy 9 Wir sind eben noch einmal dran Den mache ich Irgendwie Hoffe ich Wird das was? Hoffentlich nicht Ja Ausgleich Nein Okay Das war halt mit Abstand Irgendwie das spannendste Match überhaupt Es war nervenaufreibend Aber gut Damit war es das dann jetzt auch für heute Mal gucken, was der tägliche Siegesbonus sagt Mal gucken, was meiner sagt Ihr sagt mir 10 Meiner sagt mir 1 Ich hab 1 Äh Shellshot mache ich jetzt zu Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem heutigen Stream Auch die, die das im Nachhinein gucken Bei uns ist es jetzt 23.07 Uhr War wieder ein interessanter Abend Wir hatten auch nie so eine lange Ladungsrunde Nein ане Ich habe es Nachsam Komm